Wie profitiert die Krise von der Krise? Ich darf dazu ein Podium begrüßen gleich, die Gabriele Michielitsch, sie ist Politikwissenschaftlerin und Ökonomin, ihre Schwerpunkte sind politische Ökonomie, feministische Ökonomie und Neoliberalismus, dann der Markus Kurzer, Gewerkschafter von den Alternativen und Grünen und unabhängigen Gewerkschafterinnen, Mitglied im ÖGB-Bundesvorstand und auch Ökonom, dann den Andreas Beham, Rechtsextremismus-Experte vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Buchautor von mehreren Büchern, zum Beispiel Die extreme Rechte in Europa und den Albert Steinhauser, seit 2008 ist er grüner Nationalratsminister oder Abgeordneter und er ist Justiz- und Datenschutzsprecher der Grünen. Dann stelle ich mich noch ganz kurz vor, mein Name ist Flora Eder, ich habe Politikwissenschaft studiert, habe mich auf der ÖH recht viel engagiert, war im Journalismus tätig und jetzt bin ich im Neunerhaus an Freien für Obdachlose Menschen. Bevor wir einsteigen, gleich in die Diskussion, möchte ich noch ein bisschen vorweg schicken, was dann so die Auswirkungen von der Griechenbewältigungsstrategie in Europa sind, also massive Armut in vielen Ländern in Europa, beispielsweise Griechenland, da hört man immer wieder davon, aber ich möchte vielleicht noch ein paar Zahlen irgendwie vorweg schicken. Griechenland ist mittlerweile das sechste Jahr in der Rezession, Angela Merkel hat gemeint, es muss wehtun und es tut auch weh, vielleicht zum Veranschaulichen, allein in den letzten drei Jahren sind eine Million Griechener arbeitslos geworden, das sind 600 Menschen am Tag. Die Arbeitslosenquote liegt mittlerweile bei 27 Prozent, im Vergleich von 2009 noch 8 Prozent, unter 25-Jährigen sind zu zwei Drittel ohne Job. Das Arbeitslosengeld von 360 Euro im Monat wird maximal ein Jahr lang ausgezahlt, danach gibt es keine Sozialhilfe, keine Grundsicherung und wer das Arbeitslosengeld verliert, verliert auch die Krankenversicherung, sprich es sind sozusagen 780.000 Menschen im Griechenland ohne Krankenversicherung. Ähnlich schaut es auch in Bulgarien aus, dort gibt es Selbstverbrennungen, die Armutsgrenze liegt bei 120 Euro nur, ein Fünftel lebt darunter, das sind 1,5 Millionen Menschen und der Durchschnitt hat 350 Euro im Monat zum Leben. Und Jugendarbeitslosigkeit in der EU sind zum Beispiel 5,5 Millionen unter 25 ohne Job, das sind in Bulgarien 42 Prozent, Spanien 56 Prozent, Griechenland 60 Prozent zwischen den Bieten. Ich würde gerne weitergehen, weil wir im Podium, wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich gerne einmal das Podium zu Wort kommen lassen und gleich mal meine erste Frage mal in die Gabriele Michalic richten. Ganz allgemein, als Politikwissenschaftlerin und Ökonomin, was meinen wir dann, wenn wir von der Krise sprechen, was genau ist denn da eigentlich in der Krise, wie wirkt sich das aus, wie ist es dazu gekommen? Ja, die Frage, was ist eigentlich diese Krise, was ist damit gemeint, ist natürlich schon eine ganz zentrale, insofern als die Antwort die Denkrichtung vorgibt und genau das ja auch das ist, was umkämpft ist. Also was genau in der Krise ist, ist natürlich eine Frage der Definition und aus meiner Sicht handelt es sich um eine wirklich sehr umfassende, jetzt in Österreich besonders eine Finanz- und Wirtschaftskrise nach wie vor, mit Blick auch auf die Europäische Union würde ich das sagen, aber das heißt natürlich nicht, dass diese Vielzahl von Krisen, die damit verbunden sind, wie Ökologie, Ernährungskrise etc., gänzlich sozusagen umgenannt bleiben sollen. Ich denke, dass mit dieser Finanz- und Wirtschaftskrise sich eine sehr stark sichtbar werdende Demokratiekrise auch verbindet und dass das sicher für den heutigen Abend ein ganz wesentliches Thema auch sein wird. Aus meiner Sicht ist diese Krise der Ökonomie und des Politischen, wenn man so will, eine unmittelbare Folge, ein Kristallisationspunkt neoliberaler Transformation, neoliberaler Politiken der letzten 30 Jahre in etwa. Das heißt, die Frage nach den Ursachen würde ich letztlich dahin beantworten, wie das ja auch von vielen sozusagen gesehen wird, dass einerseits die Umverteilung von unten nach oben ganz zentral war, um solche Reichtumskonzentrationen auch hervorzubringen, die quasi die Mittel für die Finanzmärkte freigemacht hat, dass die Privatisierung sozialer Sicherungssysteme, insbesondere der Pensionen, ein wichtiger Faktor war und dass die Deregulierung des Finanzsektors generell auch eine wichtige Voraussetzung war. Also wenn wir von den Ursachen sprechen, würde ich meinen, dass das die drei zentralen Dimensionen dieser Komplexität von Ursachen sind und die Folgen sind, glaube ich, schon ganz klar angesprochen worden. Es sind massive Spaltungen in der Gesellschaft, wir haben eine unglaubliche Zunahme an sozialer Ungleichheit, wir haben eine Vertiefung der Spaltung zwischen Arbeit und Kapital, zwischen den Geschlechtern und wir sehen gleichzeitig, dass damit reagiert wird, in dem diese neoliberale Transformation fortgeführt, quasi ein Ende geführt werden soll, offenbar. Das heißt, eine Politik, die Zunahme von Ungleichheit und damit natürlich auch gesellschaftlichen Hierarchien verschärft und entsprechend auch zunehmende Entdemokratisierung. Also ich denke, das Wort von dieser Saga von Merkel, von der marktkonformen Demokratie, ist tatsächlich ernst zu nehmen und durchaus als Diagnose auch zu verstehen. Und ja, ein Symptom für das Ausmaß eigentlich der Brisanz der gegenwärtigen Situation. Meine zweite Frage daran anschließend, wenn wir jetzt gehört haben, wie ist es zur Krise gekommen, was hat sich denn da im Bereich der Gewerkschaften als Antworten auf die Krise in den letzten Jahren getan? Sind Gewerkschaften stärker geworden? Wie ist das auch im Unterschied in Europa, in den verschiedenen Ländern, auf einer europaweiten Ebene und auch in Österreich? Also ich glaube, da muss man die unterschiedlichen Phasen der Krise einmal unterscheiden, nämlich auch, was die unterschiedlichen Aktivitäten, Aktionsformen und Aktionsmöglichkeiten der Gewerkschaften ausmacht. Wie die Krise ausgebrochen ist, also mit voller Wucht auch Europa getroffen hat, war ja quasi erstmals auch wieder von einem Comeback des Keynesianismus, beziehungsweise von einem Bruch mit der bisherigen neoliberalen Wirtschaftspolitik, beziehungsweise Wirtschaftspolitiken die Rede. Es haben interessanterweise die konservativsten Politikerinnen quer durch Europa vor einmal davon gesprochen, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass es ein Umdenken braucht, eine Neuregulierung und so weiter und so fort. Und es wurden jede Menge Konjunkturpakete geschnürt, es wurden Bankenrettungspakete geschnürt und Maßnahmen gesetzt, beispielsweise um die härtesten Auswirkungen der Krise abzufedern. Und in der Zeit hat sich plötzlich gezeigt, dass in Wirklichkeit das, was seit Jahrzehnten stark unter Beschuss gestanden ist, nämlich das, was man so sozialstaatliche Institutionen nennt oder sozialstaatliche Regulierungen plötzlich im Gegensatz zur Krise der 20er Jahre gewisserweise gewirkt hat. Dass nämlich der Sozialstaat seine Funktion, Nachfrage zu stabilisieren und den Sturz ins Elend von breiten Bevölkerungsschichten einigermaßen abgefedert, abgemildert hat. Und dass die Staaten, die quasi sozialstaatlich am besten ausgebildet waren, die Krise auch einmal am besten überwunden haben in der ersten Phase. Das ist sozusagen eine Sache. Und ich glaube, was damals eine falsche oder trügerische Hoffnung war, war die, dass aufgrund dieses kurzen Fensters einer kommunizierten Einsicht oder scheinbar kommunizierten Einsicht die Hoffnung bestanden hat, okay, es kommt jetzt tatsächlich zu einer Kurskorrektur in Europa. Nur diese Einsicht war relativ kurz, relativ kurzwährend und ist in Wirklichkeit sehr schnell. Und es hat dann mit der Definitionsmacht, mit der Definition von Krise zu tun, was die Gabriel jetzt erst angesprochen hat, auf einmal wieder schüttert. Nämlich ab dem Augenblick, wo man die Finanz- und Wirtschaftskrise in der Staatsschuldenkrise umgedeutet hat. Und eigentlich in Wirklichkeit die Mechanismen, die stabilisierend auf die Krise gewirkt hat, plötzlich massiv in Frage gestellt hat. Nicht zuletzt unter dem Vorwand der Budgetkonsolidierung und der Austriitätspolitik. Am Anfang waren die Gewerkschaften, glaube ich, auch in der Form von Krisenbewettigungsstrategien auf unterschiedlichen nationalen Ebenen auch relativ stark eingebunden. Wenn ich mir Österreich anschaue, beispielsweise die Frage von Kurzarbeit, die Frage von betrieblichen Pakten, die Frage auch von Möglichkeiten, aus der Krise hinauszukommen. Wobei man sich anschauen muss, wie stark die institutionelle Verankerung der Gewerkschaften einerseits in die Staatlichkeit war. Wie weit das funktioniert hat und wo die Gewerkschaften nicht so stark in den Staaten verankert sind. Beziehungsweise andere Traditionen haben wir es beispielsweise in Österreich oder auch in Deutschland. Wenn man sich die Entwicklung der Gewerkschaften in der Krise anschaut, was heißt, sind sie gestärkt worden oder sind sie geschwächt worden, kann man einerseits in Deutschland beobachten, dass in Deutschland beispielsweise die Gewerkschaften aus der Krise von den Mitgliederzahlen her relativ gestärkt hervorgehen. Dass die Werde beispielsweise, die Dienstleistungsgewerkschaft, die in den letzten Jahren auch einen relativ offensiven Kurs zum Verteilungsfragen um Lohnfragen geführt hat, deutliche Mitglieder gewonnen hat, dass in Österreich die Mitgliedszahlen zwar leicht zurückgehen, aber in der Krisenzeit eher stagnieren. Während in anderen Ländern natürlich im Zuge der Austriitätspolitik, wo wir später dazukommen und des Frontalangriffs auf gewerkschaftliche Rechte und auf Abwehrkämpfe von Gewerkschaften, die teilweise mit sehr starker WMN zur Militanz geführt worden sind, die aber sehr oft einfach verloren gegangen sind, schließlich auch die Gewerkschaften zunehmend tatsächlich auch erodieren, beziehungsweise ihnen auch die rechtliche Basis des Agierens, die gesetzliche Basis ihres Agierens, die Möglichkeiten ihres Agierens über weite Strecken genommen werden. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die mittelfristig, beziehungsweise durchaus auch kurzfristig, auch jene Länder betreffen wird, wo wir derzeit noch eine relativ starke gewerkschaftliche Verankerung haben, noch eine relativ starke gewerkschaftliche Mitspracherechte. Ich denke da zudem an das, was derzeit unter Wettbewerbspakt beziehungsweise Wettbewerbspakten auf europäischem Ende geplant ist, wo es ganz elementar und ganz zentral um Fragen geht, wie Strukturreformen, die in Nichtkrisenzeiten nicht durchsetzbar sind, jetzt in einer Form von einer Institutionalisierung, von einer vertaglichen Bindung durchgesetzt werden, ganz massiv gegen die Gewerkschaften, ganz massiv gegen Arbeitnehmerinnenrechte und ganz massiv auch gegen sozialstaatliche Institutionen. Und damit möchte ich kurz einmal das berücksichtigen. Aber trotzdem mal die Nachfrage, jetzt in Österreich konkret, dass man in deutschen Gewerkschaften geredet, wie schaut es denn mit den österreichischen Gewerkschaften an? Ja, die österreichischen Gewerkschaften sind, wie gesagt, haben im Rahmen der Krise, also das österreichische System ist ja, das wissen eh die meisten Menschen, sehr stark sozialpartnerschaftlich geprägt. Das heißt, wir haben einen Triangel einerseits zwischen den Gewerkschaften, zwischen den Arbeitgeberverbänden und den Staaten, die im Prinzip miteinander, sehr eng verflochten sind, einerseits, dass wir in Österreich eine sehr starke parteipolitische Dominanz in den Gewerkschaften sind, die Gewerkschaften teilweise in Führungsgremien der Parteien verankert sind, in den Nationalräten, in den Landtagen, in den gesetzgeberten Körperschaften. Das heißt, sie sind unmittelbar mit eingebunden, was eine Vor- und seine Nachteile hat, in gewisse Gesetzwerdungsprozesse. Das heißt, dieses, aufgrund dessen, dass es Sozialdemokratie an der Regierung ist, hat die Verbindung zwischen Gewerkschaften und Regierung einigermaßen gut funktioniert, zumindest aus Sicht von jenen Teilen der Gewerkschaften, die sozusagen auch die Stammbelegschaften über weite Strecken vertreten, beziehungsweise die, die das auch so haben wollen. Während das, was schon zunehmend auch in der Krisenzeit in Brüche gerät, ist die andere Achse, die Achse zwischen, die traditionelle sozialpartnerschaftliche Achse zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden im Rahmen von Kollektivvertragsverhandlungen, die ja über Jahre hindurch, Jahrzehnte hindurch eigentlich eher friedlich vonstatten gegangen sind, wo es kaum Formen von Kampf gegeben hat, wo es kaum Formen von Kampfmaßnahmen, von Protesten gegeben hat. Wir haben in den letzten Jahren nicht kaum mehr größere Kollektivvertragsrunden, die nicht ohne Konflikte abgehen. Das sind jetzt noch nicht die großen Streikbewegungen. Wir haben eine Streikbewegung bei der Metauland gehabt, aber wir haben in Wirklichkeit regelmäßig die Betriebsversammlungen, die österreichweit einberufen werden. Wir haben Betriebsrätinnenkonferenzen, wir haben Proteste auf der Straße. Es sind erstmals Tausende an Bankangestellte auf die Straße gegangen, was noch vor Jahren undenkbar war. Das heißt, da spitzt sich schon was zu und das ist in den Gewerkschaften schon auch klar. Die Verteilungskämpfe nehmen zu, die Verteilungskämpfe zwischen Arbeit und Kapital nehmen auch in Österreich zu und diese Form der Auseinandersetzung, wie sie bislang gewählt worden ist, nämlich nur der grüne Tisch oder wie sie bislang dominierend war, die wird sich so in Zukunft nicht mehr ganz so spielen. Wo es noch funktioniert hat, das war mehr oder weniger im Rahmen der Null- und Runde, wo die Gewerkschaften und öffentlichen Dienste bereit waren, das zu schlucken, wo aber glücklicherweise aufgrund von einem doch massiv getragenen Protest der Basis, den auch wir sehr stark mitgetragen und organisiert haben, beispielsweise in den Null- und Runden bei den Gemeindediensteten auch später gefallen sind, über weite Strecken in etlichen Ländern. Das heißt, es gibt diese Verteilungskämpfe, die sich vor allem in den nächsten Jahren verschärfen werden, weil eins aber nicht vergessen, seit dem Beschluss des Fiskalpaktes und der Verstetigung von Sparmaßnahmen, von Sparpolitik, von der erzwungenen, vertraglich verpflichtenden Verstetigung von Sparpolitik, wird das massiv zu Lasten von Löhnen und Gehältern, gerade in den öffentlichen Diensten gehen und auch zu Lasten von sozialen Sicherungsleistungen und damit sind die Konflikte selbstverständlich vorprogrammiert. Und das, was ich den Gewerkschaften in den Parlamenten massiv vorwerfe und was wirklich ein ganz ein fataler und ein großer Fehler worden ist, den sie meiner Meinung nach bislang nicht registriert haben oder nicht ausreichend registriert haben, ist, dass sie als Gewerkschaftsrednerin im Parlament diesem Fiskalpakt zugestimmt haben. Gut. Dankeschön für das. Jetzt machen wir ein bisschen einen Schwenk, einen thematischen und zwar in Richtung, wie schaut es denn mit der extremen Rechten aus? Also wie geht denn die extreme Rechte jetzt mit der Krise um? Vor allem aber auch, welche Erklärungsbilder und Erklärungsantworten herrschen davor? Und wo ist denn da der Unterschied zu linken Analysen? Vielleicht bleiben wir mal bei dem Teil der Fragen und gehen dann in einem weiteren Schritt noch zu einer Nachfolge. Ja, zum letzten Teil der Frage gleich vorweg. Ich hoffe, dass die Unterschiede zu den linken Analysen allen Herrinnen sehr schnell deutlich werden. Und dort, wo das vielleicht nicht deutlich wird, haben wir schon einen Grund für die Erfolge der extremen Rechten. Ja, weil sehr viele in der politischen Auseinandersetzung gar nicht mehr bewusst haben, dass diese Verbindung von, ja, ich würde sogar Antikapitalismus nennen, Kritik auf Seiten der Linken, aber auf Seiten der Rechten, halt Ressentiment, dass das nicht, zumindest auf der Ebene der Rhetorik, leider heute so deutlich zu unterscheiden ist, wie ich das gern hätte. Es kommt auch auf linker Seite hier zu Verkürzungen. Und ich will aber zunächst über die Rechte reden. Also, wie geht sie mit der Krise um? Sie nützt sie für ihre Zwecke, darin ist sie sehr geübt. Rechtsextremismus ist seit seiner Entstehung, und die datiere ich sehr früh, ja, schon am Ende des 18. Jahrhunderts, ist seit seiner Entstehung immer auch verbunden mit der Behauptung des Untergangs, der Dekadenz. Das ist etwas, was er aus dem Konservativismus geerbt hat. In Krisenzeiten, in vorrevolutionären Zeiten, aber auch in nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen Krisen, wird diese Untergangslust sozusagen richtig zelebriert, diese Dekadenz. Ich darf erinnern an die Formulierung von Karl Kraus, oder über den Spengler, er bezeichnet das als Untergangster. Ein Hinweis, dass mit Angst sozusagen ein politischer Profit damit herausgeschlagen wird. Also, das heißt, reale ökonomische Ängste, Abstiegsängste werden zu apokalyptischen, zu Untergangsängsten sozusagen desartikuliert, verschoben. Es geht weg auch vom ökonomischen, also Rechte, darum habe ich vorher den Begriff Kritik für die Linke, das natürlich normativ sozusagen noch besetzen wollen, weil Rechte die Verhältnisse nicht kritisieren, sondern sie personalisieren. Und diese Realängste in gewisser Weise zu neurotischen Ängsten umwandeln, zu Ängsten vor Islamisierung, vor Zersetzung, also der äußere Feind, der überfremdete Innere, der zersetzt, der das Gemeinschaftliche sozusagen untergräbt, historisch eng mit dem Antisemitismus verbunden, dieses Motiv der Zersetzung. Und darum darf es uns auch nicht wundern, dass die extreme Rechte gerade jetzt in Krisenzeiten wieder auf diesen Antisemitismus auch zurückgreift. Rechte, Pseudokritik sozusagen an den Verursachern der Krise, weniger immer an den Verhältnissen, ist eine unendliche Personalisierung und Moralisierung. Es geht weggeben von den Strukturen, vom Verhältnis Marx analysiert, den Kapitalismus als Verhältnis spricht, vom Kapitalisten wandern, also als Beamter des Kapitals. Also da geht es nicht um Personen, um individuelle Schuld, sondern da geht es um Strukturen. Aber die extreme Rechte lenkt den Blick und insofern ist sie objektiv herrschaftsfunktional, weil sie den Blick weg lenkt von den Strukturen hin zu Personen. Und das ist verbunden mit einem Schulddiskurs, also einzelne Personen sind schuld. Und da sind wir, das ist ja nicht antisemitisch. Der nächste Schritt ist, wie kann man erklären, dass einzelne Personen die Welt ruinieren oder beherrschen oder die Krise auslösen oder davon profitieren, indem man behauptet, sie sind im Geheimen verbandelt, sie treffen sie im Geheimen. Und das ist diese Rede von den Bilderbergern, die jüdische Weltverschwörung, weil sie historisch, also wo sich ein Anti-Freimauer-Diskurs mit einem Antisemitismus wieder auch verbindet. Heute wären gerade nicht bei den neonazistischen Kräften in Europa, wie sie auch in Griechenland sehr stark sind momentan, die sprechen ganz offen vom jüdischen Weltfeind. Die Rechtsextremen, darin unterscheiden sie sich, und ich zähle die FPÖ dazu, verwenden so Codes, ja, das sind die Bankster, Wall-Street-Jenen, ja, also da vermischt sie auch Anti-Amerikanismus mit Antisemitismus. Also diese persönlich Schuldigen sitzen immer in den USA, an der Ostküste, werden Globalisierer genannt. Dazu kommt eben wieder diese Paranoia. Heinz-Christian Strache schreibt in der Aula, dass ein geheimer Plan der Globalisierer in Zurückbeherrschung besteht, beziehungsweise bezieht sich auf den Autor zustimmend, der das behauptet. Und er sagt am Ende, dass so wie Kennedy schon, da kommen immer so Anspielungen auf in der Verschwörungstheorie beliebte, berühmte Attentate, und dass die Feinde der Globalisierung sozusagen, und da zählt die Strache dazu, quasi auf einer schwarzen Liste stehen und zum Mord freigegeben sind. Also das ist nicht nur gespielt, sondern dahinter ist auch eine subjektiv aufrichtige Paranoia, wie sie immer zum Antisemitismus gehört. Weil sie haben dann tatsächlich Angst vor diesen Mächtigen, an die sie glauben, und die sie auch als Popanz aufbauen. Also die Krise wird genutzt, sie wird personalisierend erklärt, wie die Verhältnisse schon jeher. Und die Rechte ist damit, und eben sehr schnell dann auch wieder beim Antisemitismus jüngst, ein Beispiel auch hier zu bringen, darf er erinnern an die Facebook-Karikatur von Heinz-Christian Strache, ein Musterbeispiel. Ich habe es jetzt nicht hier, aber ich glaube, wir haben es alle im Kopf, dieser Bankier. In der Originalfassung ist er noch ohne David-Sterne und noch mit normaler Nase, unter Anführungszeichen. In der von Strache-verwendenden Fassung haben sie eben die Stürmernase, die sogenannte Judenase, Judenase verpasst, und die David-Sterne. Aber auch schon die erste Version weist eben, darauf hin und drum kann man die Bilder ganz gut sozusagen als Beispiel bringen, wie ein, noch nicht der Antisemitismus, aber eine falsche Erklärung der Verhältnisse, nämlich dieser Schulddiskurs, wie man leider ja auch bei vielen Linken findet, diese Personalisierung, die Bankster, die dem armen Volk sozusagen alles vom Teller essen und die bestochenen Politiker, die Korrupten, die da zuschauen würden. Das ist ein leider nicht nur auf die Rechte beschränkte, ich würde sagen, ein Mythos, wirklich ein Bild. Die extreme Rechte radikalisierte, das spitzt es dann noch zu, so wie Strache macht es offen antisemitisch. Insofern braucht es uns nicht wundern, dass der Antisemitismus in den allen mehr europäisch bekannten Ländern zunimmt in den letzten Jahren, nicht in allen Alltems. Die vergangenheitspolitischen Themen, das ist eher abflauend wie Holocaust-Reugnung, aber sozusagen diese antisemitischen Weltkonstruktionen von der, die Jugend beherrschen die Welt oder die Globalisierer. Also, die Rechte erklärt scheinbar, die Krise benennt, die schuldigen und das macht sie eben auch für, ja, so erfolgreich, aber nicht automatisch. Und das zeigt der Blick auf Europa. Und insofern kommt die Krise auch nicht als alleinigen Faktor sozusagen, als ein begünstigendes Moment. Es ist in allen Studien europaweit, kommt ganz klar heraus, dass kein unmittelbarer Zusammenhang besteht zwischen Arbeitslosigkeit, Krisenerfahrung und Rechtsextremismus. Also die Wahlergebnisse quer Europa und nicht erst seit Ausbruch der Krise, sondern schon seit den späten 80er Jahren in Österreich, 90er Jahren in Skandinavien, wo sie bis heute starke, nicht rechtsextreme, aber rechtspopulistische Parteien haben, zeigt, dass man sozusagen bei der Ursachenforschung da mehrdimensional oder auf mehreren Ebenen auch vorgehen muss. Die Krise ist nicht der alleinige Faktor. Ein wichtiger Faktor ist, wie es den gegnerischen Kräften gelingt sozusagen. Und da haben wir ja jetzt schon ein bisschen auch dazu gehört, ja, die Krise zu erklären, diese Erklärungskompetenz, plausibel anzuhalten, ohne Populismen zu verfallen und zu versuchen sozusagen, der Rechten das Wasser abzukramen, indem er auch vereinfachend, personalisierend, moralisierend agitiert. Und davon hängt es immer ab, wie stark die Rechte ist. Also von der Schwäche oder der Fähigkeit auch der Linie. Vielleicht noch zugespitzt, die Frage aus dem Ankündigungstext noch einmal aufzugreifen und vielleicht auch noch einmal von dir zu beantworten. Also kommt es jetzt zu einem Auflammen der extremen Rechten durch die Krise? Würdest du sagen, nein? Das Auflammen der extremen Rechten, das hat schon lange begonnen und es datiert eben mit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in Westeuropa und hat den zentralen Grund sozusagen im Systembruch, Stichwort auch dann verbunden mit Globalisierung, für Osteuropa gilt Ähnliches. Ja, Transformationskrisen. Also da beginnt der Aufstieg der extremen Rechten immer wieder mit länderweise, mit kurzen Einbrüchen, aber im Großen und Ganzen haben wir in diesen Ländern Rechtsrucke zu vermerken. Und das, was sozusagen jetzt in Griechenland passiert ist, aber wir dürfen, wenn wir von Griechenland, wenn wir die Goldhöhne morgenröte erwähnen, dürfen wir natürlich auch die Linke, die radikale Linke, die es wieder geschafft hat, ins Parlament zu kommen, auch nicht vergessen. Also sozusagen diese Jungstentwicklung setzt sich auf einen grundlegenden Rechtsruck quasi nur noch drauf und von diesem Rechtsruck sind bitte nicht nur die, der meint nicht nur die Rechtsextremien, sondern also gesamtgesellschaftliche, gesamtpolitische, und da bin ich jetzt auch beim Schluss, nämlich bei dieser populistischen Lücke, von der Gudrun Händkes, Jörg Fleck und andere geschrieben haben, nämlich dieses Feld im politischen, dieser Ort im politischen, der frei geworden ist, durch die Gewerkschaften, durch die Sozialdemokratie, die sich in den nationalen Wettbewerbsstaat oder in diesen autoritären Wettbewerbsetatismus eingegliedert haben, unter der Fahne der Standortsicherung sozusagen eine Front, eine nationale Front gebildet haben in diesem Wettkampf und den Sozialabbau mit Abwedern durchgewogen haben. Und diese populistische Lücke versuchen oder nutzen sich Rechtsextreme, also die sich alle als die, jetzt die Rechtsextreme, die rechtspopulistischen weniger, aber die Rechtsextremen noch stärker, die neofaschistischen Kräfte, die sich als Links darstellen, als die Wahnarbeiter, die Parteien, die Vertreterinnen der kleinen Leute. Ja, dann gleich die Frage weiter an Albert Sternhauser. All diese Tendenzen, die wir da jetzt aufgelistet oder analysiert haben, wie ist das denn aus Sicht eines Politikers, eines Nationalratsabgeordneten, aus grüner Sicht, wie siehst du diese Entwicklung? Also ich möchte dort anschließen, wo der Andi aufgehört hat, die zentrale Frage ist, sicher wäre die Deutungshoheit über die Krise. Und wenn man jetzt selbstkritisch zurück schaut, der Markus hat das auch schon angedeutet, glaube ich, dass die Linke oder Grüne oder progressive Kräfte zunehmend die Deutungshoheit mit Fortdauer der Krise verloren haben. Ich hätte auch so eine Phase am Anfang gesehen, wo viel von dem, was die Linke immer kritisiert hat, sich praktisch bewahrheitet hat und wir eigentlich alle angenommen haben, so jetzt ist das eine große Wende in der Wirtschaftspolitik, der Neoliberalismus ist in der Defensive und jetzt kommt das, was wir schon lange sozusagen wollten, nämlich eine Kurskorrektur. Tatsächlich hat es eine Zeit lang diese Rhetorik gegeben, aber die war relativ schnell vorbei und ich würde sagen, es gibt mehrere Gruppen, die die Deutungshoheit übernommen haben und alle Gruppen lassen wenig Gutes erwarten. Die erste Gruppe, das schließe ich beim Andi an, ist die extreme Rechte. Ich glaube, dass die extreme Rechte deswegen die Deutungshoheit bekommen hat können, weil sie relativ einfache Deutungsmuster anbietet und weil sie auf Deutungsmuster zurückgreift, die in unseren Breitengraden geläufig sind, wie das Deutungsmuster Nation, Volk etc. ist ein, wie soll ich sagen, tief verwurzelt ist in Österreich, während das Deutungsmuster oben, unten oder Klasse kaum verwurzelt ist. Das sind historische Versäumnisse. Als traditioneller Linker würde man sagen, es gibt kein Klassengewusstsein, so ist es. Daher ist das Deutungsmuster logischerweise eher die Nation und das spielt natürlich den Rechten in die Hände. Wenn man sich ja wirtschaftspolitisch anschaut, was die FPÖ fordert, ist das ja ein absurdes Konglomerat aus neoliberalen, idiotischen Ansagen von Schuldenbremse, Schuldenabbau, Sozialstaatsmissbrauch, Rhetorik auf der einen Seite, also im Prinzip gegen die vermeintlich vertretene Klientel gerichtet und auf der anderen Seite, der Hand hat es ja angedeutet, dann wieder die Rhetorik vom Fleißigen, dem nichts übrig bleibt, der nur Steuern zahlt, keinen fairen Lohn bekommt usw. Und da wird das Deutungsmuster der Nation abgerufen und dann gibt es den Schulterschluss und es ergibt ein scheinbar schlüssiges Bild. Das Bild wird immer dann brüchig, wenn die Rechten Regierungsverantwortung übernehmen. Das ist jetzt KPL, das nach der Nationalratswahl wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Aber natürlich hat Schwarz-Blau 1 und 2 gezeigt, dass dann in der Regierungssituation diese Bruchstellen sofort sichtbar werden und auch aufbrechen. So, kein Appell, dass die Rechte in die Regierung geht, sondern eine nüchterne Analyse. Das Zweite ist, und das finde ich mindestens genauso schlimm, dass eigentlich die Neoliberalen die Deutungsrohr übernommen haben. Am Anfang war eine Finanzmarktkrise und dann ist aus der Finanzmarktkrise eine Bankenkrise geworden und aus der Bankenkrise ist eine Staatsschuldenkrise geworden in der Rhetorik der Neoliberalen. Oder es gibt die Krise des Wohlstandsgefälles in Europa, Süden gegenüber dem Norden. Das wird eine Staatsschuldenkrise umgedeutet. Das ist der Punkt, wo die Neoliberale sozusagen aus einer Defensivbewegung wieder eine Vorwärtsbewegung kommt und aus der Staatsschuldenkrise heraus dann das macht, was sie eigentlich immer machen wollte, sozialstaatliche Einrichtungen angreift. Die Merkel sagt das offen, ein Merkel-Zitat, war die marktkonforme Demokratie. Ein anderes ist, ja wortwörtlich, die massive Arbeitslosigkeit ist eine Chance, weil dadurch kann der aufgeblasene Wohlfahrtsstaat angegriffen werden. Das ist in einer Rede in Davos vor dem dort bekannten Multiplikatorien und so formuliert. Und das, glaube ich, zeigt, wie die Neoliberalen aus einer Defensiv in die Offensive gekommen sind und über diese Deutungshoheit ihr Projekt weiter vorantreiben. Das Zweite, was man kritisch sehen muss, ist neben der wirtschaftspolitischen Entwicklung die demokratiepolitische Entwicklung. Weil ja oft diese wirtschaftspolitische Krise oder mit der wirtschaftspolitischen Krise in Wirklichkeit eine eklatante Demokratiekrise sichtbar wird, weil ja längst nicht mehr legitimierte Institutionen darüber entscheiden, welche Maßnahmen in der Krise gesetzt werden, sondern im Gegenteil interkomponentale Strukturen, die kaum bis gar nicht kontrolliert werden, demokratisch weitreichende Entscheidungen treffen, bis hin, der Markus hat schon gesagt, mit dem Wettbewerbspakt, der Versuch da ist, eine wirtschaftspolitische Ordnung in Vertragswerken so festzuschreiben, dass sie nicht mehr änderbar ist. Und die Idee dahinter ist relativ einfach, wenn die politischen Gestaltungsspielräume über verbindende Vertragswerke den Parlamenten entzogen werden, führt das dazu, dass die Parlamente wenig Entscheidungsspielräume haben. Wenn es wenig Entscheidungsspielräume gibt, dann macht es auch wenig Sinn für Gewerkschaften oder NGOs oder Bürgerinnen und Bürger zu demonstrieren, zu streiken, weil er diese Vertragswerke, alle diese Spielräume nicht geben. Und das ist im Prinzip nichts anderes als der Versuch, demokratische Willensbildungsprozesse durch autoritäre Vertragswerke zu ersetzen. So, und das muss uns, also wenn es uns wirtschaftspolitisch nicht schreckt, was da passiert, dann muss uns demokratiepolitisch ordentlich schreiten, weil das ist natürlich ein politischer Rückschritt, der katastrophal ist, weil das der Versuch ist, Politik und Wirtschaftspolitik unumkehrbar zu machen. So, und dort sehe ich ein ganz wichtiges Einsatzgebiet, weil wenn dieses Match verloren wird, dann heißt das, dass Lohnpolitik, dann heißt das, dass das, was weiß ich, Politik über Sozialsysteme etc., über Vertragswerke vorgegeben werden und der politischen Gestaltung entzogen sind und dann wird es ganz, ganz schwierig, da wieder dagegen zu steuern. So sehe ich das. Also wir sind aus einer durchaus offensiven Position in die Defensive gekommen und müssen schauen, dass wir da schleunigst rauskommen. Aber es gibt auch keinen Gegenentwurf, das muss man sagen, ganz selbstkritisch. Die Linke, die Grünen, aber vor allem auch am meisten die Sozialdemokratie haben auch keinen Gegenentwurf zu dem, was an Krisenreaktion von neoliberal und konservativer Seite angeboten wird. Man fühlt sich zwar bestätigt, aber die Antworten hat kein schlüssiges Konzept. Okay, zu den Antworten, die zum Beispiel auf die Grünen irgendwie draufgehen, das wäre dann eben in einer nächsten Runde meine Frage. Aber davor würde ich noch gerne einen weiteren Aspekt ansprechen, wenn Armut besonders weiblich ist, ist dann meine Frage, trifft die Krise Frauen härter, profitieren von der Krise besonders Männer, von einer Vermögensumverteilung und gibt es denn feministische Bewegungen, die dem was entgegensetzen? Wie schaut es denn aus bei fortschrittlichen, progressiven, feministischen Bewegungen? Also zum ersten Teil der Frage, ja natürlich profitieren in dem Sinn Männer als diejenigen, die über Kapital verfügen, in einem weit höheren Maße von dem, was wir jetzt als Krise irgendwie eingegrenzt haben und Frauen sind sozusagen draußen, weil sie ganz klar diejenigen sind, die keinen, in der Regel jedenfalls keinen Kapitalzugang haben und die gesellschaftlich unsichtbare Arbeit machen, sie sind in hohem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen und von Prekurisierung etc. weit, weit mehr als Männer und es ist vor allem, denke ich, dieser Druck auf die unbezahlte Arbeit, auf die Versorgungsarbeit, der gesellschaftlich überhaupt nicht sichtbar gemacht wird, nicht thematisiert wird und so weiter. Also ich habe das ja vorher schon angesprochen, Krise, diese Krise bedeutet auch eine Verschärfung der Polarisierung zwischen den Geschlechtern und ja, ist natürlich auch etwas, was in, ich meine, Rechtsextremismus ist ja in hohem Maße auch verknüpft mit Antifeminismus, was sich da natürlich auch artikuliert, dass sozusagen diese Polarisierung auch ein sehr viel stärkeres Freund-Feind-Klima quasi oder ein Denken in Kategorien von Freund und Feind oder Freundin und Feindin nahe legt. Also, ja. Und sind feministische Antworten bemerkbar? Gibt es feministische Strömungen? Also, naja, Feminismus ist, wie wir wissen, in neoliberalen Zeiten in der Defensive und Rechtsextremismus ist sicher nicht etwas, was Feminismus fördert. Also, ist sozusagen die strategische Situation ganz klar schwieriger geworden. Das ist das eine. Das andere ist, Feminismus war aus meiner Sicht natürlich immer hochgradig auch mit alternativen Gesellschaftsentwürfen verbunden mit der Forderung nicht mehr von sozusagen dem bestehenden Kuchen, sondern einen anderen Kuchen. Und insofern ist die Perspektive gesellschaftliche Veränderung und zwar fundamentaler gesellschaftlicher Veränderung ein ganz wesentliches Merkmal von Feminismus. Und ich denke, dass das in Verbindung mit dieser angesprochenen Polarisierung von Geschlechterverhältnissen letzten Endes auch die feministische Bewegung oder die Bewegungen durchaus stärken kann. Aber ich sehe das eher als Potenzial und im Moment sozusagen keine faktische Stärkung. Wobei man sagen muss, wir haben in Österreich jetzt eigentlich seit 2011 eine ganz massive, starke Frauenbewegung. Trotz allem. Ja, dann würde ich gerne noch einen Aspekt noch Platz geben, der vorher ein bisschen noch zu kurz gekommen ist. Austeritätspolitik, das ist vorhin schon angesprochen. Aber was ist denn Austeritätspolitik eigentlich? Vielleicht kannst du es ganz kurz erklären. Und wie wirkt sich das denn auch auf die Handlungsfähigkeit oder die Handlungsoptionen von politischen Bewegungen aus, die fortschrittlich sind? Ja, Austeritätspolitik ist kurz zusammengefasst so etwas wie Sparpolitik. In Wirklichkeit eine längerfristig angelegte Politik der Budgetkonsolidierung, des Staatsschuldenabbaus, der praktisch davon ausgeht, dass Länder, Nationen Systeme überschuldet sind und diesen Schuldenstand zurückführen müssen. Und das ist das quasi die Herausforderung, die mit der Staatsschuldenkrise, also mit dem Ausrufen der Staatsschuldenkrise praktisch quer durch Europa den zentralen Stellenwert eingenommen hat. Über diverse institutionelle Maßnahmen auf europäischer Ebene, ich denke an die EU-Sitzbeck, an die Verschärfung des Stabilitätspakts, über Sanktionsmechanismen, wenn nicht ausreichend gespart wird, über Schuldenbremsen, Schuldenregeln und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht alles erwähnen, die aber im Prinzip alle eine Stoßrichtung haben. An und für sich geht es darum, dass die These vertreten wird, dass die Länder, die Nationen, die Menschen, die dort gelebt haben, insbesondere über den Verhältnissen gelebt hätten und entsprechend die bisher aufgeblasenen Sozialstaatlichkeiten, die aufgeblasenen öffentlichen Dienste zurückgeführt werden müssen auf ein verträgliches Niveau. Was das mit sich bringt, erleben wir seit mehreren Jahren. Wir haben eine Parallelentwicklung von Sparpolitiken in allen europäischen Ländern, insbesondere in allen Euro-Ländern, also allen Staaten der Eurozone und das natürlich, wenn alle Staaten gleichzeitig synchron sparen und Sparpakete schnüren, dass das in der Regel eine wirtschaftliche Situation, eine wirtschaftliche Entwicklung noch eher verstärkt als abschwächt, nämlich insbesondere eine rezessive Entwicklung, ist an und für sich klar und belegt sich auch über die letzten Jahre recht eindrucksvoll. Und was sozusagen auch, weil die Frage zuerst war, unterschiedliche Auswirkungen auf Geschlechter, was sich auch sehr stark bemerken lässt, während in der ersten Phase der Krise, insbesondere der privatwirtschaftliche Exportsektor, der stark männlich dominiert war, von den Arbeitskräften betroffen war und die Frauenbeschäftigung zu diesem Zeitpunkt noch nicht so massiv zurückgegangen ist, trifft jetzt diese Sparpolitik im Bereich der öffentlichen Dienste beispielsweise, im Bereich der Ausgaben für soziale Dienste, für soziale Leistungen massiv auch Frauen. Einerseits dadurch, dass Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst schlichtweg verloren gehen. Wir haben beispielsweise in Großbritannien, also quer durch alle europäischen Länder in Wirklichkeit, wobei den öffentlichen Diensten gespart wird, ist das insbesondere im Gesundheitsbereich und im Bildungsbereich. Also das sind jene Bereiche, insbesondere in Großbritannien, in Italien, aber auch in Griechenland, wo ganz ein massiver Abbau von Arbeitsplätzen stattfindet. Und Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst waren bis jetzt jene Frauenarbeitsplätze, die einigermaßen noch gleich entlohnt waren im Verhältnis mit den Männern Arbeitsplätzen und einigermaßen eine gewisse Stabilität geboten haben. Und die werden jetzt massiv zurückgefahren. Was natürlich auch dazu führt, dass wenn öffentliche Leistungen, öffentliche Dienste in diesem Bereich der Reproduktion, wenn man so sagen will, zurückgefahren werden, natürlich auch die Arbeit, die Reproduktionsarbeit im privaten Bereich wieder stärker geschlechtsspezifisch verteilt wird. Das heißt, es ist schon eine massive Auswirkung, die da eintritt und passiert. Und wir haben insbesondere in jenen Ländern an der europäischen Peripherie, wie es so schön heißt, in jenen Ländern, die beispielsweise unter dem Euro-Rettungsschirm stehen, wo praktisch die Drohigkeit die Vorgaben macht, unter welchen Voraussetzungen die Länder unter Anführungszeichen Staatshilfen bekommen. Dort haben wir tatsächlich massivste Einschnitte in die sozialstaatlichen Strukturen einerseits, aber insbesondere auch in Arbeitsrecht, in Arbeitnehmerinnenrechte, in Gewerkschaftsrechte, in soziale Rechte. Das geht von Abbau des Kündigungsschutzes, das geht von neuen Beschäftigungsverhältnissen, die beispielsweise Jugendliche insbesondere zu Einkommen unter Niedriglohn arbeiten lassen, wo es überhaupt keinen Kündigungsschutz mehr gibt, keine soziale Absicherung. Das geht dorthin, dass zu Gewerkschaften alternative Verhandlungsinstitutionen geschaffen werden, die auf betrieblicher Ebene insbesondere Löhne und Einkommen verhandeln sollen und nicht mehr auf einer überbetrieblichen. Das heißt, wir haben ein sukzessives Rückführen des Lohnniveaus, des sozialen Sicherungssystems unter dem Aspekt, der bereits erwähnt worden ist, dass nämlich die Krise eine Krise auch der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Länder ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit um jeden Preis erhöht gehört und an und für sich ist es ja recht klar, wenn es Länder gibt in einem Wirtschaftsraum, die sehr stark exportorientiert sind und starke Exportüberschüsse machen, muss es entsprechend auch Länder geben, die importieren, entsprechende Defizite machen. Das ist an und für sich eine recht einfache logische Rechnung. Das Problem ist nur, dass die Rechnung derzeit so interpretiert wird, dass man versucht, das zu leugnen und zu verneinen und sagt, alle Länder müssen wettbewerbsfähig werden. Alle Länder müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und alle Länder müssen ihre Exportquote erhöhen. Das führt natürlich dazu, dass alle Länder in Wirklichkeit ein massiver Abwertungsdruck auferlegt wird. Das Problem ist nur, die Abwertung über die Währung, wie es früher war, die funktioniert nicht mehr. Weil im Prinzip, wenn man alle in einem Währungsraum funktionieren, kann es das nicht geben, auch jedes Land hat seinen eigenen Euro. Kurzer Seiten schlägt. Wie gesagt, das funktioniert nicht mehr, das heißt, die innere Abwertung kann nur darüber funktionieren, indem Löhne gedrückt werden, indem in Wirklichkeit jedes einzelne Land versucht, Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen, indem es die Löhne reduziert. Interessanterweise haben wir ein Land mit einem besonders hohen Niedriglohnsektor, das alle anderen Länder runterdammt und die letzten Jahrzehnte runtergedammt hat, das ist die Bundesrepublik Deutschland, mit einem Niedriglohnsektor von 22 Prozent, das heißt, fast ein Viertel der Befragung arbeiten dort zu Niedriglohnbedingungen. Und das ist zu einem guten Grund die Ursache, warum andere Länder im Leistungsbilanzdefizit haben und Deutschland sind Leistungsbilanzüberschuss. Was eigentlich die logische, faire, solidarische Strategie wäre, wäre, dass die Länder, die Leistungsbilanzüberschüsse, also Expertüberschüsse produzieren, ihre Löhne aufwerten, damit andere Länder leichter nachholen können. Das wird natürlich nicht gemacht, sondern gemacht wird in der Strategie, was heißt, alle müssen runterabwerten. Wohin diese Spirale mittelfristig führen wird, ist wahrscheinlich für alle nachvollziehbar. Wer dieser Spirale nach unten grundsätzlich im Weg steht, sind soziale Bewegungen, sind Gewerkschaften, sind soziale Sicherungssysteme und die gilt es anzugehen. Und vor dieser Herausforderung stehen wir und was in einzelnen Ländern da passiert ist, wissen wir bereits. Noch sind Länder wie Österreich und Deutschland davon weitestgehend verschont. Aber zum Abschluss, wenn ein Herr Spindeläcker sagt, er will den Zwölfstunden-Arbeitstag, weil Österreich nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wenn ein Herr Spindeläcker sagt, im Rahmen der Lohnnebenkostensenkung, dann sollten doch bitte auch die Beiträge für die Arbeit, da kann man reduzieren, eine institutionalisierte gesetzliche Interessensvertretung, dann geht das schon in eine gewisse Richtung. Und das Problem in Europa, und da gebe ich dem Andreas vollkommen recht, ist wahrscheinlich im Augenblick nicht die extreme Rechte der Stärkung, sondern in Wirklichkeit die Radikalisierung der Mitte, die Radikalisierung der konservativen Kräfte, die Radikalisierung der konservativen Parteien und in München hat noch teilweise der sozialdemokratischen Parteien, die in Wirklichkeit diese Form von Neoliberalisierung und Radikalisierung und Autorisierung eines Kapitalismus massiv vorantreiben. Dann wäre noch meine Frage, die gleichermaßen an den Andi als auch an den Albert geht, was wäre denn dann der Auftrag an die emanzipatorische Politik? Wo ist denn dann, wenn man eben nicht diese kleinen Feindbilder aufzeigt, sondern wogegen muss man denn kämpfen dann in der Krise als eine emanzipatorische Sichtweise? Die Antwort auf diese Frage ist natürlich mir zu leicht, weil ich tatsächlich, auch um es selbst nicht zu widersprechen, jetzt sagen muss, das Kapital bekämpfen sozusagen als Verhältnis, als Struktur, was auch immer und Herrschaft analog dazu, aber das sind natürlich immer sehr allgemeine und abstrakte Antworten. Vielleicht ein bisschen konkreter anhand der politischen Krise, die schon angesprochen worden ist, Demokratiekrise, einen anderen Begriff vielleicht auch hier in den Raum stellen, Postdemokratie, also das ist eben schon noch Demokratie, aber sozusagen sozial entleerte Demokratie beziehungsweise sehr viele Bereiche, auch das ist heute schon mehrfach erwähnt worden, sind aus dem demokratischen, sozusagen davon abgetrennt, werden zu Sachzwängen erklärt. Ja, also eine gewisse Antipolitik von oben, zusammengefasst in diesem Ausspruch von damaligen Kanzler Franitzki, der ihn zwar obstreitet, aber ich sage immer, dann ist er gut erfunden, also wer in der Politik Visionen hat, braucht einen Arzt. Also Politik als sozusagen Technokratie, als Verwaltung oder Exekution eben dieser Sachzwänge. Sachzwänge und diese Krise der Demokratie, auch der Repräsentanz oder dieser Wandel hin zur Postdemokratie, schafft natürlich für die Rechte extrem gute Voraussetzungen. Je liberaler die Verhältnisse, je autoritärer, desto mehr sprießt sozusagen der Rechtsextremismus auf diesem Humus und je liberaler, je offener, je demokratischer, desto schwerer hat er. Insofern ist der Kampf gegen den Rechtsextremismus natürlich zuallererst einer, um hier ein bisschen konkreter werden, also für das Projekt der Wiederaufnahme der Demokratisierung. Ich rede gar nicht mehr mehr von Verteidigung von Demokratie, es geht um die Wiederaufnahme eines historischen Projekts, das jetzt einmal zum Stillstand gebracht worden ist, nämlich Demokratisierung immer weiterer sozialer Bereiche. Und da ist auch natürlich der Aspekt des Geschlechts auch wieder ganz vorne mit einzubeziehen. Noch konkreter werden vielleicht auf die Europäische Union runtergebrochen. Da hieße dieser Kampf für die Wiederaufnahme des Projekts Demokratisierung, Internationalisierung, solange es keine europäische Gewerkschaft gibt und der Europäische Gewerkschaftsbund ist das nicht, Markus, will man recht geben, wird dem zumindest auf der Ebene auch nicht beizukommen sein, weil man eben, wie es der Arbeit auch angesprochen hat, in dieser Deutungsmatrix in der Nation und der, sozusagen, dieser Wettbewerbs nationalen Staaten oder der nationalen Wettbewerbsstaaten verhaftet bleibt und immer, sozusagen, dadurch auf dem Feld auch der Konservativen und der Rechten und der Neoliberalen, wie man sie dann auch nennt, hier gibt es durchaus Ähnlichkeiten und Überschneidungen, ohne alle in einen Topf zu haben, immer quasi nur in dem Feld spielt und da kann man nur verlieren. Das hieß aber dann, sozusagen, eben Europäisierung von unten und auf die EU angewandt, ja, also, das Erkämpfen einer Europäisierung auf den Sozialstaaten, der Demokratie in Europa, Etienne Balibar hat in einem Text schon Anfang der 90er Jahre geschrieben, also das heißt, es gibt keinen Staat in Europa, dass die EU sozusagen ein Unstaat ist, ja, und er sagt eben, dass kein Staat automatisch und von selbst demokratisch ist, aber ein Nichtstaat, ein Unstaat ist nicht demokratisierbar, per Definitionen und die EU ist sozusagen momentan in so einer Zwitterstellung, wenn man so will, zwischen Staat und Bund oder Europa der Vaterländer, Bündnis von Nationalstaaten, was die Rechte will, ja, die Linke, will entweder den Status hoch beibehalten, verwalten oder die radikale Reine Linke scheut sich aber auch so etwas wie ein sozusagen bundesstaatliches oder ein gesamtes, also ein europäisches, einen europäischen Staat sozusagen zu fordern oder überhaupt nur zu denken, erst dieser Staat ist dann tatsächlich demokratisierbar und das Problem eben dieser Zwischenstellung zwischen eben diesen Nationalstaaten und dem sozusagen übergeordneten, dem Supernationalen, davon profitiert die Rechte natürlich auch extrem und auch natürlich das Kapital, insofern gibt es durchaus ein Interessens, um ohne Deutsch irgendwelche Verschwörungen zu behaupten, Überschneidungen, dass dieser Schwebezustand eben auf Dauer aufrechterhalten wird, ja, die EU sozusagen als Nichtstaat und da hieße es sozusagen auch dagegen zu kämpfen und Forderungen zu erheben und da ist die Linke viel zu defensiv. Ja, dann gebe ich die Frage gleich mal an Albert Steinhauser weiter. Vorher hast du gesagt, dass es keine Antworten, keine Gegenkonzepte gibt zur Krise, jetzt ist die Frage, also gibt es die dann doch. Wie ist es mit dem Green New Deal, der vor allem auf einer europäischen Ebene, von europäischen Grünen als Krisenantwort präsentiert wird? Macht das den Kapitalismus schöner? Also das war jetzt vielleicht ein bisschen zu pointiert gesagt, dass es keine Antworten gibt. Es gibt keinen Gegenentwurf, so muss man sagen, der sozusagen für sich schlüssig ist und von A bis Z leicht durchargumentierbar ist. Es gibt Ideen, aber es gibt nicht den fertigen Entwurf, so muss man sagen. Ich wollte noch sagen, da war noch eine Frage vorher, gegen wen muss man kämpfen. Ich finde, man könnte auch formulieren, für was kann man kämpfen? Und ich hätte es gesagt, die Krise interpretieren für gerechte Vermögensverteilung. Wenn wir sagen, am Beginn der Krise steht Vermögensakkumulation, die eine Finanzmarktkrise ausgelöst hat, dann wäre eigentlich die logische Antwort, um sowas zu verhindern, ist eine gerechte Vermögensverteilung, zumindestens der Versuch, dass Krisen vermieden werden. Ich meine, es ist Kapitalismus immanent, dass sich Kapital akkumuliert. Es waren Kriege, die sozusagen früher dagegen gesteuert haben, das wollen wir nicht, also wird es wohl eine gerechte Vermögensbesteuerung sein, die da krisenhemmend wirken kann. Das Problem dabei ist, dass das nicht allen gefällt und wir eben nicht die Deutungswahl im Moment haben. Aber gehen wir zur Maßnahmen-Seite, Green New Deal. Im Prinzip, das unterscheidet ja, oder das ist sozusagen kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen, das fordert ja auch die Linke in Deutschland und andere fortschrittliche Kräfte, braucht es ein europäisches Investitionsprogramm. Wenn ein Teil der Krise ausmacht, dass es ein Wohlstandsgefälle zwischen den Staaten im Norden und den Staaten des Südens sind, dann ist es geradezu logisch, dass in Struktur schwächere Teile Europas investiert wird. Ich glaube, die Linke nennt das sogar in Deutschland Marschallplan für Europa. Der Marschallplan war ja auch nichts anderes, als ein kaputtes, zerbombtes Europa aufzubauen, halt damals mit dem strategischen Ziel, dass die Kommunisten kein leichtes Spiel hätten. Das Ziel der Europäischen Union muss ein wirtschaftspolitisches Ziel sein, nämlich das Wohlstandsgefälle zu beseitigen und damit krisenimmanente Dinge wie Handelsbilanzüberschüsse oder Handelsbilanzdefizite zu beseitigen. Insofern macht ein Green New Deal oder ein Marschallplan oder ein Investitionsprogramm natürlich Sinn und wenn man in die Infrastruktur des Südens investiert oder wenn man hört, dass die Universitäten in Griechenland zusperren, in die Bildung investiert, dann sind das natürlich Investitionen, die Sinn machen und die auch europäisch was bewegen können um Krisenmechanismen zu minimieren. Jetzt macht man das Gegenteil. Jetzt macht man alles um die Krise durch Spahn zu verschärfen. Der Green New Deal oder das Investitionsprogramm oder der Marshallplan wäre das Gegenteil. Das wäre natürlich ein gewisses Umverteilungsprogramm auch vom Norden in den Süden Europas. Aber das halte ich sozusagen für einen reformerischen oder reformistischen Ansatz. Das ist natürlich alles systemimmanent. Das ist klar, beseitigt den Kapitalismus nicht, beseitigt seine Mechanismen nicht, aber wenn man jetzt im System immer entdenkt, dann ist das sicher ein Ansatz, der Sinn macht. Das ist auch ein solidarischer Ansatz, wenn es richtig investiert wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was der Rechte überhaupt nicht will. Der Rechte sagt, keine Schuldenunion, der Rechte sagt, keine Verteilung in den Süden der nördlichen Gelder. Wir arbeiten unter Griechen, man kennt die Bilder alle. Das ist schon ein Ansatz der Linken oder der Sozialdemokraten oder der Grünen, der ein Gegenkonzept ist. Es ist ein solidarisches Konzept. Ob es im Norden mehrheitsfähig ist, ist eine andere Frage. Aber das wäre zu erklären. Jetzt hast du gesagt, das ist ein reformerischer Ansatz, also ein Reformmodell sozusagen, ein reformerischer Marshallplan. Wird innerhalb der Grünen eigentlich auch diskutiert, ob es antikapitalistische oder Kapitalismus überwindende Ansätze vielleicht auch geben könnte? Das Problem einer parlamentarischen Partei ist, dass sie einem extremen Maßnahmendruck ausgesetzt ist. Da braucht man sozusagen nicht lang herumreden. Und von parlamentarischen Parteien sind in den seltensten Fällen Revolutionen ausgegangen, da braucht man auch nicht lang herumreden. Insofern verrate ich kein Geheimnis, dass in der Grünen Stube jetzt nicht über revolutionäre Strategien den Kapitalismus zu überwinden gebrütet wird, sondern ja, es sind reformerische Ansätze, dass man sich trotzdem mit dem Kapitalismus gettisch auseinandersetzt und darüber nachdenkt, ja, aber dann sind wir realistisch. Wobei man bei den Grünen ein bisschen mehr Marx und weniger Gesell wünschen würde. Also gerade, ich fahre viel über das Land mit Vorträgen und gerade in Teilen Oberösterreichs, Steiermarks, Salzburgs, also da haben wir Freigeld Theorien und all das. Gibt es auch alles, ist schon richtig, wenn ich gar nicht der Abrede erstellen, gebe ich dir Recht. Also, um es zusammenzufassen, es gibt sicherlich innerhalb der Grünen Bereitschaft zur Kapitalismuskritik, aber zum kapitalistischen Gegenentwurf der Grünen wird es fürchte ich nicht kommen. Würde mich zwar freuen, wenn ich mich täusche, aber sehe ich realistisch. Die Fragen an dich, wenn einerseits die Demokratisierung der EU und ob die EU eine Nation werden soll, sozusagen, und eben die vielen Verschwörungstheorien auf die man stößt, wenn man durch Österreich verhalten kann. Ja, ich kann das nur bestätigen, also diesen Eindruck von der Verbreitung der Verschwörungstheorie und Verschwörungsmythen nicht nur unter den, die sozusagen immer als Klischeefiguren herhalten müssen, als Anfällige für Rechtsextremismus, sondern durchaus von sogenannten Gebildeten oder Halbgebildeten sind natürlich Platzhalter eben für Theorie und ich glaube und da möchte ich auch was die Kollegin gesagt hat, das hat nämlich so resignativ klungen, so quasi die Rechten, ja die sind ja so erfolgreich, weil die Menschen ja so eben personalisieren und es gibt so verschiedene Varianten, das stimmt, nur ist das nicht immer so gewesen und vor allem nicht natürliche ist unter Anführungszeichen, sondern es ist das, was man als Alltagsverstand bezeichnet und ich weiß, dass es nicht nur Rechte gibt, die den Alltagsverstand affinieren und dort unmittelbar anknüpfen wollen, die kein kritisches Verständnis gegenüber diesem Kommonsens haben, so wie die Leute die Wirklichkeit wahrnehmen. Ich darf aber daran erinnern, dass die Linke historisch angetreten ist als Bildungsbewegung mit dem Ziel, zuallererst diesen Alltagsverstand zu verändern, weil sie gewusst haben, wir können, gerade die österreichische Arbeiterinnenbewegung hat das gewusst und auch die deutschsprachige und sehr später auch dann die italienische oder später, wenn man so will, oder eigentlich historisch früher, aber im Ablauf der Niederlage vielleicht später, wir können nur was verändern oder schweige an die Macht kommen oder die Verhältnisse verändern, wenn wir die Menschen dann so bringen, die Wirklichkeit so wahrzunehmen, wie wir sie sehen. Und jetzt zu sagen, also quasi die Rechten haben so leicht, weil sie dem Alltagsverstand so entgegenkommen, das hat jetzt für mich vielleicht aber die Falschverstanden so klungen, wir müssen uns auch dem Alltagsverstand anpassen, also quasi ein Redoyer für linken Populismus. Ich glaube, die Linken müssen sich wieder an ihren Auftrag als Bildungsbewegung erinnern und zuallererst diesen Alltagsverstand oder diesen Kommonsens wieder verändern oder der Begriff der Hegemonie ist auch heute schon gefallen und dann würden auch diese Verschwörungstheorien wieder weniger werden. Die zweite Frage zur Demokratisierung der EU und zur Möglichkeit dieser Demokratisierung, es stimmt, historisch sozusagen, ist Demokratisierung an eben, natürlich war das zusammen mit Balibar noch einmal paraphrasiert, an die Nationalstaatlichkeit gebunden, aber nicht jeder Nationalstaat basiert auf nationalem Bewusstsein im Sinn von Bewusstsein von sich als Gruppe, als Abstamm oder Blutgemeinschaft, so wie wir das verstehen. Es gibt die politische Nation und insofern gibt es ein politisches Bewusstsein, nämlich einer Gruppe anzugehören, die unter einer Verfassung und dann schauen wir uns mal das Quirks um die EU-Verfassung an, die unter einer gemeinsamen Verfassung leben, in einem sozusagen auf einem abgegrenzten Territorium mit einer verfassungsmäßig legitimierten Regierung. Was ist die EU heute? Aber theoretisch könnte sie das werden und tatsächlich ist auch nur sozusagen die späten Wege zur Nation, gerade die eher dieses völkische Konzept dann vertreten haben, da war sozusagen das Nationalbewusstsein zuerst und dann kam der Staat, der Nationalstaat, wenn überhaupt. Es geht aber auch der umgekehrte Weg. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn die EU so eine Demokratie würde, die den Namen verdient, mit einer Verfassung, mit Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, all das, an einer Demokratie im wahrsten Wort sind, damit sie sofort dieses europäische Nationalbewusstsein einstellen. Nur die europäischen Parteien bis in die Linke hinein, ich weiß, die Grünen sind da eine belöbliche Ausnahme, auch was die Organisationsform betrifft, auf europäischer Ebene, agieren immer noch eben nationalstaatlich. Gerade in Österreich, die ÖVP, erinnert uns an die Sanktionen des Anti-EU-Partei. Und die verhindern natürlich sozusagen und die halten quasi den alten nationalstaatlichen Nationalismus und in Form der FPÖ auch den völkischen Nationalismus am Köcheln. Und beides geht natürlich nicht. Ich weiß natürlich, dass das nicht leicht sein wird, aber ich glaube, wenn diese Demokratie erkämpft ist, dann kommt das Bewusstsein dazu, dann doch relativ schnell. Ja, dann gleich nächste Frage, das war die zunehmende Maskulinität. Ja, ich würde gerne, bevor ich auf diese Frage eingehe, angesichts dieser großen Begriffsverwirrung, die meines Erachtens hier erscht, in der gesamten Debatte ein paar grundsätzliche Dinge sagen zum Begriff der Demokratie, weil ich finde, dass das eine unglaublich unstrukturierte Diskussion ist. Und wir sollten, meine ich, zur Kenntnis nehmen, dass Demokratie unterschiedlichste Ebenen umfasst. Das eine ist, sozusagen die Frage der institutionellen Gestaltung. Und im Wesentlichen war sozusagen diese Frage der Repräsentation diejenige, die hier thematisiert wurde. Also Verfassung, Gewaltenteilung, etc. Das ist aber nicht das zentrale Problem in meinen Augen. Wir haben sozusagen in den europäischen Staaten, auf europäischer Ebene, es ist zwar sozusagen etwas komplexer, aber sozusagen doch auch, meine ich, sozusagen überschaubar. Sozusagen die Frage der Institutionen und der Repräsentation ist eben nur eine Ebene. Und ich glaube nicht, dass sie diejenige ist, die uns am meisten beunruhigen muss. Sondern die Fragen, die sich mit Demokratie verbinden, betreffen, die Frage der Inklusion. Wer ist sozusagen draußen? Wer gehört gar nicht zu diesem Demos? Das ist einmal das Wesentlichste aus meiner Sicht. Also in dem Sinn Inklusion und Partizipationschancen. Das heißt, politische, soziale, ökonomische Rechte geht also weit über die Frage der Repräsentation hinaus. Und das ist sozusagen in meinen Augen die basalste Form der Entdemokratisierung, die mit der neoliberalen Transformation einhergeht, einhergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, dass wir ganz massive Exklusions-Tendenzen haben. Haben wir verschiedentlich angesprochen. Polarisierung in der Gesellschaft und das heißt eben Exklusion auch für sehr viele. Und dann sozusagen würde ich gerne noch die Mikro-Ebenen erwähnen, weil die auch überhaupt nicht bis dato angesprochen wurde. Meines Erachtens das aber auch, gerade auch, was jetzt Fragen des Rechtsextremismus betrifft, eine ganz wesentliche Komponente von Demokratie darstellt. Nämlich, wie verstehen sich Subjekte selbst? Wie ist sozusagen der gesellschaftlich dominante Subjektentwurf? Was ist sozusagen das Ich aus meiner je eigenen Sicht? Und damit verbindet sich nämlich auch dieses, verbinden sich Ängste, Gefühle der Ohnmacht, Gleichgültigkeit gegenüber Demokratie etc. etc. Und wir haben einen ganz klaren, sehr dominanten, neoliberalen Subjektentwurf, der die letzten Dekaden tatsächlich beherrscht hat, sozusagen ein auf Konkurrenz ausgerichtetes Subjekt, das selbstverantwortlich ist, das, ich weiß nicht, sozusagen fair, aber nicht gerecht sein muss, etc. Und ich meine schon, dass zum Beispiel die extreme Rechte dem etwas entgegensetzt, nämlich eine andere Vorstellung des Subjekts, das eben auf, nicht auf Konkurrenz, sondern auf Gemeinschaft, nicht auf Selbstverantwortung, sozusagen, sondern auf die Verbindung mit anderen Bezug nimmt und so weiter. Und dass diese Frage des Subjektentwurfs natürlich auch eine Frage der Demokratie ist, denn welche Institutionen produzieren quasi unsere Formation von Subjektivität, Kulturindustrie ganz massiv, Medien, sozusagen alles, was wir an Fernsehprodukten, Filmen und so weiter haben, also das ist eine ganz stark natürlich von Kapitalseite bestimmte Form der Produktion von Subjekten. Und auch da geht es um Demokratie. Also ich würde gerne diese Komplexität sozusagen, Demokratie, ich habe mir das nämlich vorher noch rausgesucht, das fand ich so schön, ich glaube, Rancière war das, Demokratie ist eine Seinsweise des Politischen. Und das Politische ist die Frage, wie unsere Gesellschaft organisiert ist. Und von daher geht also Demokratie nicht über die Frage, welche Bereiche, Ökonomie oder so, ist das einbezogen oder nicht oder ähnliches, sondern es geht um sämtliche Lebensbereiche, ganz klar, aber es geht eben auch um diese unterschiedlichen Ebenen der Institutionellen, der Repräsentation, der Individuellen, wenn Sie so wollen, der Subjektivität und der Makroebene der Gesellschaft im Hinblick auf gesellschaftliche Spaltungen und Exklusionen. Und das scheint mir wichtig, das zu beachten. Und wenn wir das beachten, kann ich auch auf die Frage, die Sie gestellt haben, besser eingehen. Weil nämlich die Frage der Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen, der Bezugnahme auf scheinbar überlebte Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit natürlich auch verbunden ist mit einer sehr großen Unsicherheit, Angst, die Sie ja angesprochen haben, die Sehnsüchte nach Familie etc., also idyllische Vorstellungen, die damit verbunden sind, auch durchaus nachvollziehbar macht. Und ich denke, das ist ja auch wieder genau das, was der Rechten und auch der extremen Rechten nützt, nicht? Dass sozusagen familiäre Gemeinschaften, Gemeinschaften generell in sehr hochgradig romantisierter Form propagiert werden und dass die Retraditionalisierung von Geschlechterentwürfen in hohem Grade einhergeht, natürlich mit dieser gesellschaftlichen Polarisierung, die auch eine eben zwischen denen, die über Kapital verfügen und die das nicht tun ist, also zwischen Männern und Frauen. und Kulturindustrie, nein, ich denke, das ist wichtig, weil die Kulturindustrie hochgradig männlich bestimmt ist, nach wie vor. Und dort hochgradig das, was wir im Alltag dann an Geschlechtervorstellungen haben, auch für uns selbst, für das, was wir sein wollen etc., produziert wird, vorgemacht wird, vorgegeben wird, normiert wird, etc. und dass auf der anderen Seite natürlich die materiellen Verhältnisse ebenso hochgradige Abhängigkeiten für Frauen erzeugen und in dem Sinn Unterwerfung nahelegen. Also ich denke, das ist Unterwerfung natürlich unter traditionelle Vorstellungen beziehungsweise konkret auch natürlich unter Männer begeben in Abhängigkeit. Wenn die Chance, dass ich am Arbeitsmarkt mehr als 1000 Euro verdiene, minimal ist, ist die Option vielleicht, ich weiß nicht, eine Familie zu gründen und zwei Kinder zu haben und zu Hause zu bleiben, vielleicht durchaus verlockend. Verstehen Sie? Also das ist ja die Frage, Beruf oder Familie ist ja nicht eine, die sich so stellt, sondern es ist immer der Kontext, der letztlich darüber entscheidet. Also ich denke, es geht von beiden Seiten, wir haben sozusagen, wenn Sie so wollen, unter großen Anführungszeichen, von männlicher Seite eine ganz massive Produktion von unglaublich Stereotypen Weiblichkeitsbildern und Männlichkeitsbildern, wenn man, ich meine, nur eine Nebenbemerkung, wenn man sich das Kinoprogramm, weil ich das nämlich vor ein paar Tagen gemacht habe, so ansieht, eine Unzahl an Kriegsfilmen, die alle sozusagen diesen kriegerischen Heros beschwören, sei es, dass man gegen Ufos kämpft oder was auch immer. Also, für mich gar nicht nachvollziehbar und auf der anderen Seite natürlich diese ganze Tereotype Weiblichkeit und natürlich unter Anführungszeichen sind diese enorm polarisierten und sich weiter polarisierenden materiellen Verhältnisse etwas, was Abhängigkeiten und damit Unterwerfungen verstärkt. So würde ich das sehen. Das ist noch eine Nachfrage direkt auf das? Eine Nachfrage. Also was wir jetzt sehen ist zum Beispiel in Ostdeutschland, aber auch in Ostdeutschland, das kann man sehen, sozusagen die Frauen sind eigentlich aufsteigend. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber sozusagen die Frauen waren dann ab und sind besser in der Bildung. Man merkt es auch in der akademischen Schicht momentan die technischen manchen zwar sozusagen ab, dass Frauen leichter aufsteigen, also nicht von der Krise betroffen sind, weil die Bildung besser ist. Da benehmen sich auch das nochmal zusätzlich in manchen Regionen nicht sozusagen doch mal die antikennunistische Männlichkeitskrise ist und welche Antwort da gehen wird. Also das ist schon das überlegen. Also dass Frauen im Kontext der Krise leicht aufsteigen würden, ist mir ehrlich gesagt neu. Und nein, wir sehen ja das Gegenteil. Wir sehen ganz massive Schließungstendenzen. Und also Markus hat das angesprochen, Frauenarbeitslosigkeit, die so massiv gestiegen ist. Aber das ist etwas, was ja schon 2009 eingesetzt hat. Wir hatten sozusagen 2009 schon den Beginn des Anstiegs der Frauenarbeitslosigkeit. Nur wurde das öffentlich nicht thematisiert. Das waren die Bauarbeiter, die wurden thematisiert, aber nicht, ich weiß nicht, die Handelsangestellten oder im Tourismus beschäftigten Frauen oder ähnliches. Es gab ganz massive Unterschiede in der Diskursivierung, was beispielsweise die zigtausenden Beschäftigten bei Opel oder bei also diese wie hat dieser nein, dieser Versand. diese große deutsche Handelsquelle, diese Quelle-Geschichte. Also ich meine jetzt Quelle und sozusagen das Gesamte, das waren nämlich ungefähr gleich viele Beschäftigte wie bei Opel. Opel wurde gerettet, war groß in den Medien permanent im Verhältnis dazu, war Quelle sozusagen kein Thema und ganz andere Beschäftigte. Also das wird ganz anders gesehen, wird ganz anders sozusagen thematisiert. Ja, das ist sozusagen etwas, was man konstatieren muss. Das ist Geschlecht wird im öffentlichen Diskurs hochgradig unsichtbar gemacht, also es wird in dem Sinn entgeschlechtlicht, dort, wo tatsächlich hochgradig von Männern Rede ist, wird so getan, als gäbe es kein Geschlecht. Ja, das ist sozusagen ein Faktum. Das gilt auch für den wissenschaftlichen Diskurs etc. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen die Ursprungsfrage Habe ich jetzt irgendwie aus den Augen verloren. Könnten Sie es noch einmal kurz? Nur ein Stichwort fehlt mir. Also Sie sagen, die Nachfrage war, also man kann die in der Existenz nicht dort beantworten, dass Frauen, also in Ostdeutschland und auch in anderen Regionen Europas, Frauen sind besser ausgebildet, ziehen weg. Sie sind sozusagen von nicht so wie rot, sozusagen natürlich auch die Männer schadet es auch mal, dass sie eigentlich die normalen Westen sind, die hier bedrohten. Alles gerne. So eine Nachfrage für eine antifeministische rechtsextremen Bewegung dadurch. Dabei eine Frage Ja, also sozusagen nur ganz kurz, ich sehe nicht diesen erleichterten Aufstieg von Frauen im Gegenteil. Ich denke, dass die Debatten um Quotierung auch ganz klar sehen, dass die Gegnerschaft ganz massiv ist und dass die Bildung, die Frauen tatsächlich erreicht haben und die in manchen Bereichen sozusagen Männerbildung sogar überflügeln, überhaupt keine Konsequenzen am Arbeitsmarkt hat. Ob mit oder ohne Krise. Aufstieg haben wir gesagt, wir sind besser ausgebildet und ziehen weg. Das muss nicht auch Ja, aber die schlechte. Gehen wir mal zu den vielen weiteren Fragen noch weiter, weil bei diesen auch einige Fragen deponiert waren. Standard Nationalismus zum Beispiel, beginnen wir mal mit. Und dann die Frage zu der Lohnpolitik und wie das in anderen Regionen der Welt ist. Wenn ich mir die Analysen von den Gewerkschaften nahestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland und in Österreich anschaue, ist von einem Standard Nationalismus in puncto Lohnpolitik relativ wenig zu sehen, sondern dort ist es sehr wohl, so wie die Gabi das gesagt hat, analysiert, dass es praktisch die drei U's gibt, die hauptverantwortlich sind für die entstehende Krise, nämlich Ungleichgewichte, Ungleichverteilung und die Unterregulierung der Finanzmärkte und beispielsweise der Horn vom IWK, vom Gewerkschafts und Niedschuss ist sozusagen ganz klar, wir brauchen in Deutschland eine deutliche Aufwertung der Löhne und es ist nicht zuletzt auch eine massive Forderung der deutschen Gewerkschaft an diesen gesetzlichen Mindestlöhnen, weil das dort tatsächlich noch viel brennender ist als bei uns, weil es einen derartig starken Ludiglohnsektor wegbricht. Und das wird schon sehr stark so argumentiert, dass die Aufwertung der Löhne in Deutschland jetzt nicht unbedingt im industriellen Sektor zu erfolgen hat. Und da praktisch sieht man schon die zweite Löhne, nicht im exportorientierten Sektor, wo nämlich die Löhne gar nicht so schlecht sind, sondern in Wirklichkeit diesem unternehmensnahen Dienstleistungsbereich und im sozialen Dienstleistungsbereich. Und daran verlauft in Deutschland beispielsweise auch, was praktisch die Frage der Standortorientierung ist, ob es so was wie ein Standortnationalismus gibt, auch entlang der Gewerkschaften. Verdi beispielsweise hat eine sehr starke europäische Orientierung und ist sehr stark thematisiert, sehr stark die Ungleichgewichte zwischen Deutschland und den Südländern. Hat natürlich auch einen großen Bereich, also die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft, die größte Gewerkschaft Deutschlands und auch Europas. Hat auch sehr stark einen Dienstleistungssektor, einen sozialen Dienstleistungssektor und nebenan Dienstleistungssektor, wo niedrige Grüne bezahlt werden, das heißt, dort ist das Thema auch sehr brennend und wir wollen dort eine deutliche Aufwertung dieses Bereiches, weil sie schlichtweg sagen, ab dem Augenblick, wenn die Lohnkosten dort steigen, steigt durch die Binnennachfrage und so weiter und so fort und aufgrund dessen ist auch den Ländern des Südens, die exportieren wollen und sei es ihr Tourismus, den sie exportieren wollen, auch deutlich mehr geholfen, als wenn der Exportsektor, der deutsche Exportsektor aufwertet. In der arbeitet natürlich sehr stark im Exportsektor, ist klar, die deutsche Metallindustrie, Automobilindustrie und so weiter. Dort kommst du wahrscheinlich mit der Frage von Aufwertung, um anderen Ländern bessere Möglichkeiten des Exports zu geben, besonders weit. Da gibt es allerdings auch eine andere Diskussion, die von einem sehr starken fortschrittlichen alternativ ökologisch orientierten Flügel auch geführt wird, ob denn die deutsche Industrie, Exportindustrie, so wie sie aufgestellt ist, noch eine Zukunft hat. Autoindustrie, Inhalt der Gewerkschaft. Das ist nicht uninteressant. Das sind zurzeit einzelne Stimmen, aber die schon sagen, wir müssen angesichts der Vielfalt der Krisen, der Multiplinkrisen, der Klimakrise, der Energiekrise, der Soziankrise und so weiter uns neu aufstellen, industriell auch. Der Automobilsektor ist nicht der alleinige Zukunft. Natürlich, muss man das schon realistischer wieder sehen, aber das ist der Sektor, das Deutschland über weite Strecken reich, stark und ökonomisch stark gemacht hat. Das ist schon eine lange Diskussion, die dazu führen, die wird nicht von heute auf morgen geführt. In Österreich ist es ähnlich. In Österreich gibt es eine sehr starke Auseinandersetzung mit der europäischen Krise und ich sage, einer der größten Beiträge, den die österreichische Gewerkschaftsbewegung in den restlichen Europa geliefert hat, war der Metallerstreik, wo sie 5% Lohnforderungen gefordert haben. Das ist in Wirklichkeit eine Aufwertung der Löhne in sämtlichen Bereichen. In den Ländern, die nicht in der Peripherie sind, sondern im Zentrum, ist wahrscheinlich eine der stärksten Unterstützungen. Was man eigentlich sagen muss, die Solidarisierung mit den Ländern der Peripherie unter Anführungszeichen im Sinne von Protestmaßnahmen, Protestbewegungen, gemeinsamen Protest, ist sehr endenwollend. Die Aktionstage, die vom Europäischen Gewerkschaftsbund ausgerufen werden, verpuffen regelmäßig im Norden und im Zentrum und in Wirklichkeit werden Länder durchgeführt in Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und bei uns symbolhafte Handlungen. Weil natürlich der österreichische Arbeitnehmer, österreichische Arbeitnehmerin, eine deutsche Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, natürlich auch Steuerzahlerin ist und einen gewissen Diskurs ausgeliefert ist, der da läuft. Und da die Gewerkschaften meines Erachtens nach zwar in wissenschaftlichen Analysen gut dagegensteuern, aber in einer unmittelbaren Begegnung vor Ort gibt es das nicht so. Findet das schlichtweg nicht statt. Und die Gewerkschafterinnen sind in der Regel, was Europapolitik betrifft, nicht wesentlich fortschrittlicher als der Rest in Österreich. Also das muss man wirklich sagen, das ist ein ganz zentrales Problem. Ich will noch ganz kurz zu dieser Europadebatte eingehen. Ich glaube, das, was man viel stärker vermitteln muss, ist das, was in Europa derzeit läuft, an Konsolidierungspolitik, an Australitätspolitik, mit einem europäischen Integrationsprozess nichts zu tun hat, sondern im ist das eine antieuropäische Politik, die Fronten und die soziale Schieflage und die Krise in Europa weiter verschärft, in Wirklichkeit kein Beitrag zu einer Überwindung von unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungen und so weiter, sondern im Gegenteil, in Wirklichkeit ein Desintegrationsprojekt. Und Desintegrationsprojekte, die aber trotzdem in Integration festhalten, an scheinbar Integration, müssen autoritär ausgerichtet sein, sonst funktioniert es nicht. Und das ist in Wirklichkeit das große Problem. Wahrscheinlich ist die Frage, du hast es erst aufgeworfen, von Andi, ob das europäische Projekt quasi als Würstus genannt, ich bin kein Politikwissenschaftler, irgendwie Staat, Zwischenstaat oder sowas, überhaupt reformfähig ist. Ist nicht Staat. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein sehr fortschrittlicher Mensch, der an europäischen Gedanken glaubt, ich bin mir nicht sicher, ob der europäische Bundesstaat die linke Lösung ist. Also wenn ich mir derzeit anschaue, was europäisch-bundesstaatlich vorangetrieben wird, oder wer das sehr stark verpflichtet, unter welcher Ägide, weiß ich nicht, ob man das so recht ist. Ja, dann bleibt nur die Nationalstaaten. Nein, ich sage noch nicht, ich weiß noch nicht, was da bleibt. Es gibt kein Drittes und das Wichtige wäre, sozusagen das anzuerkennen. Ja, aber die Frage ist, ob die Gründung, ob nicht der Gründungsprozess von Europa grundsätzlich eigentlich eine europäische Integration im Sinne einer sozialen, solidarischen, ökologischen, radikal-demokratischen Lösung mit all den Aspekten, die es braucht, möglich macht. Ich weiß es, ich bin mir da nicht mehr sicher, und es gibt sehr viel fortschrittliche Leute, die nicht unbedingt nationalistisch oder auf den Nationalstaaten bauen, die auch sagen, sie sind sich nicht sicher, ob das tatsächlich funktioniert. Zu dem Punkt, was man in Europa ständig unterschätzen ist in Wirklichkeit, und da haben wir einen gewissen Diskurs, der immer sagt, dass Europa anscheinend so wahnsinnig exportorientiert in alle Richtungen ist. Tatsächlich findet 90 Prozent des Handels unter den europäischen Ländern unter den europäischen Ländern statt. Das heißt, 90 Prozent der Produkte, der Dienstleistungen, der Güter, die in Europa produziert werden, werden in Europa abgesetzt. Die Schweiz ist für Deutschland ein deutlich wichtigerer Handelspartner, beispielsweise aus China. Das sind alles Sachen, die sind zu wenig im Bewusstsein und die Binnennachfrage. Also, wenn wir teilweise die Exportquoten von einzelnen Ländern hören, das angeblich, glaube ich, in Österreich ist es 59 Prozent der Wirtschaftsleistung geht in den Export, dann ist die Bezugsgröße, zu der der Export gestellt wird, nicht richtig. Export, Warnströme sind Stromgrößen, das BIP ist eine sogenannte Bestandsgröße und das passt nicht zusammen als Vergleichswert. Ich will das jetzt nicht ausführen. Auf jeden Fall ist auch in Österreich 60 Prozent der Produkte, die hier erzeugt werden, in Österreich abgesetzt. Das heißt, wir haben in Österreich, in Europa in Wirklichkeit, ist der Binnenmarkt viel wesentlicher und viel wichtiger als die Exportwirtschaft. Wenn 90 Prozent, noch einmal 90 Prozent der Dienstleistungen und Produkte in Europa erzeugt, die in Europa abgesetzt werden. Ja, aber das ist in Wirklichkeit dahingehend, also wenn so viel von dem, was in Europa produziert wird, in Europa abgesetzt wird und ich gleichzeitig in Europa keine Politik fahre, dass in Wirklichkeit diese Form der Nachfrage gestärkt wird, diese Form der Nachfrage zurückgeführt wird, dann ist das total kontraproduktiv. Also wenn ich in Europa keine offensive Mindestlohnpolitik auf europäischer Ebene betreibe, die Binnenachfrage nach europäischen Produkten steigt, wo auch chinesische Produkte gekauft werden, ja soll so sein, solange sie unter gewissen Voraussetzungen produziert werden, dann ist das einfach für die europäische Wirtschaft kontraproduktiv. China ist bei weitem nicht so ein wichtiger Handelspartner wie Stichwort Frankreich beispielsweise. Wenn in Frankreich aber gespart wird und mir spricht der französische Markt weg, ist der chinesische Markt nicht derjenige, der mich abfangt. Das heißt, in Wirklichkeit ist die Politik, also spielen die Lohndifferenzen und das hat es immer gegeben, in den letzten Jahrzehnten sind immer gewisse Industrien abgewandert, gewisse Industrien in Europa abgewandert, Bekleidungsindustrie beispielsweise von Deutschland, Österreich Richtung Portugal, Spanien, die Portugiesen haben dann einmal, die portugiesische Bekleidungsindustrie ist dann auch, war dann nicht mehr konkurrenzfähig mit der asiatischen Überweite strecken, das heißt, das passiert immer, einen Strukturwandel ist man immer unterworfen, aber so, dass der Strukturwandel in Europa oder dass das, was in Asien passiert oder der Niedriglohnbereich in Asien oder die niedrigen Löhne in Asien der europäische Industrie oder den Industriestandort Europa aussuchen würden, so ist es schlichtweg nicht, weil, wie gesagt, der Handel in Europa, was europäische Produkte betrifft, vor allem in Europa stattfindet und zwar dominant in Europa stattfindet und das wird leider zu wenig betrachtet. Ich würde wirklich empfehlen, es gibt von der Arbeiterkommel eine sehr interessante Analyse, die auch herunterladen ist, wo genau das analysiert wird, nämlich, wie schaut es wirklich mit dem Export aus, ist Europa wirklich so exportorientiert in die Welt hinaus, wie man uns gerne weiß machen will. Und eines, ich will nicht vergessen, wir haben in Wirklichkeit in den asiatischen Ländern teilweise schon einen wahnsinnigen Auffallprozess, was einfach die Einkommenssituation dort betrifft, und es ist ja nicht weniger relevant, wie niedrig die Löhne dort sind, sondern immer die Frage, in was für einem Verhältnis stehen die Löhne zur Produktivität. Und da ist Europa und in den europäischen Ländern nach wie vor nicht so schlecht aufgestellt, weil sonst wären in Wirklichkeit alle schon drüben, und die Länder mit dem höchsten Lohnniveau sind nicht unbedingt die Länder in Europa, die am meisten deindustrialisiert sind. Sondern eher genau das Gegenteil ist der Fall. Also wie gesagt, ich glaube, die Löhne spielen in Wirklichkeit eine relativ untergeordnete Rolle, wenn es um die Frage ist, wo lasse ich mich als Investor nieder. Menschenrechtswidrigkeit und Koalitionsfreiheit, die Verträge sind ja so gestaltet, dass sie nicht per se die Koalitionsfreiheit angreifen, die ist formal gewahrt, nur praktisch entzieht sie sozusagen den gewerkschaftlichen Protestmaßnahmen in den Boden, weil sie nicht mehr dem parlamentarischen oder politischen Gestaltungsspielraum unterlegen. Aber nachdem natürlich rechtliche Vertragswerke sowohl wie die Menschenrechtskonvention wie die andere Konvention formalistisch aufgebaut sind, kommst du damit nicht weiter, weil du müsstest in so Vertragswerke hineinschreiben, dass die Koalitionsfreiheit wo sie sich verboten ist, eingeschränkt ist etc. Aber ich sehe über die formalistische Vorgangsweise wenig Chancen. Ich meine nicht über die formalistische, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz klar gekommen. Meines Erachtens, klar, die Pindleuristin, in der Familie ist klar, es ist ein Instrument, mir ist klar, es ist nicht das Allheit, was ich mache, ich rede nur von diesem Instrument, bei von dem Vertrag. was ich denke, es gehört, es debattiert, nicht formalistisch, sondern inhaltlich, ich sehe nicht ein, warum zum Beispiel die Kommission, die all diese Vertragswerke nicht genauso diesen Rechten unter Orten sein soll, also der Menschenrechtskonvention, was die formal nicht ist, das ist kein Staat. Die USA haben auch beigetreten, die mittlerweile europäischen Menschenrechtskonvention sogar beigetreten, die europäischen und formal. Und was ich würde, ich hätte gerne, dass ich wahrscheinlich von dem EMHK eine andere Interpretation erreiche, dass es eben, was eigentlich der Fall ist und was eigentlich der EMHK bitte einzusehen hätte, dass das Koalitionsfreiheit in dem Fall nicht erst dann gefährdet ist, wenn man es dezidiert reinschreibt, weil man ist schon so blöd, dass es dezidiert reinschreibt, niemand. Das ist genauso wie mit der Diskriminierung, da gibt es auch eine mittelbare Diskriminierung, geschlechtverlässig, in dem man reinschreibt, die Frauen drin sind, das ist ein Blödes, heute auch keine mehr, oder eine mittelbare Diskriminierung und mit der wird gearbeitet und so, das erachte ich als mittelbare Verletzung der Menschenrechte, wo man denen die Basis setzt. Ich verstehe dich, ich glaube sozusagen, du hast politisch hundertprozentig recht, ich glaube nur, ich sage nur, politisch gebe ich dir hundertprozentig recht, ich glaube nur, dass wir auf der rechtlich-formalistischen Ebene wir nicht weiterkommen, weil halt die EMRK etwas ganz Spezibliches im Fokus hat, jeder darf sich freigewerkschaftlich organisieren und zusammenschließen. So, das greift die EU nicht an, das Problem ist nur, rein formal-juristisch nicht, das ist das Problem, aber das, du kannst es durchhexerziehen, ich glaube nur nicht, meine persönliche Meinung, das ist anders, dass man mit dem ans Ziel kommt. Die griechischen Gewerkschaften sind schon bei der ILO. Es gibt von den griechischen Gewerkschaften, gibt es aber schon, dahingehend nur ganz kurz, sind schon Prozesse angedacht, weil eben genau diese Koalitionsfreiheit in Frage gestellt wird, weil quasi zu den Gewerkschaften Konkurrenzinstitutionen für Verhandlungsprozesse geknüpft werden. Gut, das ist ja schon wieder weitergegangen. Also das wird von der griechischen Gewerkschaften getrieben. Bei der Pakt der Wettbewerbsfähigkeit wird das ja so nicht vorsehen. Der lässt du praktisch ins Leere laufen, weil das Pensionssystem sozusagen durch ein Wettbewerbspakt diktiert wird, also dann inhaltlich. Meine Güte, du kannst es auf der Milberstraße demonstrieren. Die österreichische Politik wird sagen, das steht ja im Vertragsfall. Gut, zweiter Punkt war die Korruptionsfrage. Ich finde das Korruptionsthema ein zutiefst linkes Thema. Und ich bin froh, dass ihr die progressiven Kräfte in Österreich hier die Deutungshoheit über die Korruption haben als die Rechte. Das finde ich ein wahnsinniges Glück. Und das ist ein Unterschied zu den letzten 20 Jahren, weil vor 20 Jahren hat der Jörg Heider die Deutungshoheit über diese Themen gehabt und hat damit fulminante Wahlerfolge gefeiert. Der Strache hat die Deutungshoheit oder sozusagen das Thema komplett verloren. Und warum ist das ein linkes Thema? Es ist deswegen ein linkes Thema, weil Korruption ja auch Korruptionsfolgekosten verursacht. Wenn du dir anschaust, die gesamte Hypo-Alpe-Adre-Desaster, da werden Vernichte zwischen je nach Schätzungen 4 bis 20 Milliarden Euro. Das ist ja Wahnsinn. Aber auch alle anderen Themen, es ist vor allem nicht von den Grünen erfunden, das Korruptionsthema, sondern das sind ja reale Gegebenheiten. Und ich finde, dass Korruption die Demokratie genauso schädigt, weil es das Vertrauen in die Demokratie schädigt. Insofern fände ich es falsch, man sagt, man darf darüber nicht reden, weil dann das Vertrauen verloren geht. Das Vertrauen geht ohne das Verloren, wenn es Korruptionsfälle gibt. Da glaube ich, offensiv aufgreifen. Wo ich grundsätzlich ein bisschen Recht gebe in der Donalität, muss man immer wieder aufpassen. Natürlich, Politik lebt Vereinfachung ein, das kann dann beim Korruptionsthema auch passieren und die Simplifizierung kann dann dazu führen, dass es übrig bleibt, es sind alle korrupt. Da gebe ich dann recht, da liegt sozusagen das Risiko. Aber grundsätzlich bin ich froh, nicht weil ich grüner bin, sondern weil ich weiß, was in dem Land passieren wird, wenn die FPÖ dieses Thema hätte. Das wäre eine Katastrophe. So, die Windräder. Die Windräder. Die grüner sind nicht nur für die Windräder, sie sind auch für die Solaranlagen. Ich bin kein Kenner der griechischen Energiewirtschaft, aber ich bin überzeugt, dass dort wahrscheinlich in Griechenland, wenn man jetzt das Land so ein bisschen durchfährt, sich anschaut, große Potenziale legen. Ja, sowas kann natürlich auch Teil des Green UDs sein. Ein kleiner Teil, aber dass das möglich nachhaltig investiert sein soll, ist richtig. Und ich glaube, in Griechenland können wahrscheinlich sogar Windräder und Solar aufbauen, so ich das Land kenne. Ja, warum nicht? Also die Stärkung der Energiewirtschaft in Griechenland ist sicherlich für den industriellen Standort nicht unbessend. Oder? Gehe ich einmal davon aus. Wir kennen uns wenig in der griechischen Energiewirtschaft aus. Ich befürchte, dass die eher auf Kohle und Öl setzen. Füßmäßig, ja. wenn man sich das Land anschaut. Die schwierigste Frage, gut bezahlte Clownspolitiker, Chapp, Chapp, ein bisschen was Clowneskers, aber lassen wir mal den Chapp, der sich selbst persifliert, außen vor. Ich glaube, es ist extrem schwer zu beurteilen, warum Akteure so agieren, wie sie agieren. Es ist teilweise, glaube ich, eine falsche Sachsanglogik, die manchmal um sich greift, plus politische Interessen halt von der anderen Seite formuliert werden. Und die Sozialdemokratie hat sich, finde ich, da in den letzten 20 Jahren schlicht auf der falschen Seite positioniert. bekommt dafür auch die Rechnung bezahlt. Und noch tragischer, finde ich, dort wie in Frankreich, wo sie bewusst, in Frankreich kann man ja sagen, hat die Krise im Prinzip das Platte gewendet, politisch, von konservativ auf Sozialdemokratie. Dort, wo sie die Chance bekommt, kann sie es nicht nutzen. Ja, das ist dramatisch, aber ich glaube nicht immer, dass es nur um gut bezahlt geht. Ich glaube, das ist komplexer. Ich würde jetzt sagen, wir machen noch eine Abschlussrunde, weil es ist schon sehr fortgeschrittene Zeit und man kann ja das danach auch alles besprechen. Ich habe mir für die Abschlussrunde, es sind natürlich auch andere Themen aufgepappt, auf die ihr gerne eingehen könnt. Für das Abschluss steht man vor allem nochmal rückführend zum Eingangsstatement, zum Einladungstext. Ja, was soll man dann tun, damit die Gesellschaft oder die Herrschaft in Europa nicht autoritärer, nationalistischer, rassistischer wird und damit fortschrittliche Bewegungen gestärkt werden. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Abschlussrunde dazu. Ich würde gerne wieder da beginnen und Sie dann hören. Naja, anknüpfend an den Herrn jetzt am Schluss, also man sollte ja alles so tun, dass immer weniger Menschen die Welt so sehen wie Sie. Also das wäre, und da bin ich wieder bei dem Bildungsauftrag, nicht die bösen Kapitalisten bekämpfen, die die Wettscheine verteilen und das gute, produktive Kapital beschützen oder vielleicht sogar Bündnis eingehen gegen das böse Finanzkapital. Also, ja, es heißt Bildung, Aufklärung, Aufklärung. Ich selbst versuche das auch in meiner Arbeit mit Jugendlichen und ich weiß schon, ich bin da sehr bescheiden geworden, sozusagen von der Weltrevolution zur Pädagogik. Und ich halte auch nichts davon, dass man eben all diese Probleme sozusagen pädagogisiert, aber ich denke mir schon, dass es wichtig ist, wieder Aufklärungsbewegung zu werden als Linke und zu versuchen, eben eine meiner Meinung noch richtigere oder zumindest auch richtigere Sicht der Wirklichkeit, auch der Krise, der ökonomischen Wirklichkeit von Herrschaft und Kapitalismus zu verbreiten, weil dann werden sich die Bedingungen zumindest für die Erfolge der Linken verbessern. Das heißt nicht automatisch, dass sie erfolgreich sind. Aber tatsächlich momentan ist sie von einer Hegemonie, der nicht liegt, nehmen wir es einmal, also ohne jetzt einen anderen Begriff zu verwenden, auszugehen und die begünstigt natürlich eben immer im Medium des Alltagsverstandes die extreme Rechte. Ja, es ist schwierig, jetzt einzelne Punkte herauszugreifen. Ich denke, dass die Zähmung des Finanzkapitals in der Tat eine wichtige Sache wäre. Aber ich würde, und zwar auch im Hinblick auf Demokratie, ich würde aber trotzdem gerne diesen Bildungssuspekt noch aufgreifen zum Abschluss und ich sehe das insofern ein bisschen skeptischer, als ich denke, dass es eine ganz grundlegende Demokratisierung von Bildung bräuchte, von Bildung und von Wissen, weil das, was mit den großen Bildungsoffensiven quasi seit den 70er Jahren verbunden war, doch ganz zentral eine Ausbreitung von betriebswirtschaftlicher Denkweise, von einer spezifischen ökonomischen Rationalität etc. bedeutet hat und dass wir heute Bildung als technisch Profitorientierte letztlich definiert haben. Also, ich bin sehr sozusagen für die Bildung, aber ich denke, dass sie eine kritische und ganz anders ausgerichtete sein müsste und Voraussetzung, um eine solche zu bekommen, ist wohl Bildungsfragen auf eine breite, auf breiterer demokratischer Grundlage zu entscheiden. Für mich ist der große Widerpart zu dem, was Neoliberalismus und wie man es nennt ist, ist die Demokratie. Ich glaube, die ökonomische Entwicklung führt zu einer immer autoritären Gesellschaft und diesen autoritären Gesellschaftsformen muss man als Konzept eine radikal-demokratische Gesellschaft entgegensetzen. Radikal-demokratisch in der Hinsicht, wir haben das bei uns in den alternativen Gewerkschaften immer so gehalten, wir haben im Prinzip ein Wahlrecht alle paar Jahre auf politischer Ebene, der schon eingegrenzt ist und jeden Tag gehe ich in den Betrieb, arbeite dort acht Stunden, wenn ich noch vollzeit beschäftigt bin, arbeite dort 40 Stunden die Woche ein System von Kontrolle, von Befehl und wenn ich Befehle verweigere, bin ich weg, bin ich ökonomisch sanktioniert durch Verlust meines Arbeitsplatzes und ich denke mal, ein ganz zentraler Punkt ist schlichtweg, wir müssen diese ökonomische Sphäre zurückerobern und radikal demokratisieren, nämlich in der Hinsicht da, wenn die ArbeitnehmerInnen diejenigen sind, die Mehrwert produzieren, dann haben sie im Prinzip auch das Recht darüber, um den Mehrwert zu verfügen. Wenn wir schon nicht vollkommen darüber verfügen können, zumindest entscheidend darüber mitzuverfügen, darüber mitzuentscheiden, wie wird es verteilt, wie wird es verwendet, wie wird es eingesetzt, wie wird es produziert. Und ich denke mal, das ist die Demokratiedebatte, die für mich auf politischer Ebene oft ausgesprochen verkürzt geführt wird, nämlich in der Hinsicht stärke ich direkt demokratische Elemente in einem bürgerlich-parlamentarischen System, das ist für mich vollkommen verkürzt, ist für mich auch nur begrenzt relevant. Ich glaube, die Demokratiedebatte müssen wir vor allem dort führen, wo tatsächlich die Frage der gerechten Verteilung von Macht, von Einfluss und Möglichkeiten auf Wege zentral zu führen ist, ist die ökonomische Sphäre. Und derzeit geht es für mich sehr stark auch darum, dass man jener Sphäre, die versucht, immer stärker entdemokratisierend zu wirken über wirtschaftspolitische Mechanismen, über Automatismen, was entgegensetzt. Und da möchte ich noch einmal ganz zentral darauf hinweisen, weil in diesem Wahlkampf die europäische Politik leider überhaupt kein Thema war. Im Dezember soll der EU-Wettbewerbspakt zumindest über weite Strecken beschlossen oder vorbeschlossen werden. Und bis dorthin, glaube ich, sollten wir noch möglichst viel mobilisieren gegen diesen Wettbewerbspakt. Es gibt eine Möglichkeit, die heißt, Europa geht anders, wo dagegen unterschrieben werden kann. Auf einer anderen Ebene geht es wirklich auch im Rahmen von Bildungspolitik darauf hinzuweisen, wohin uns dieser ruinöse Wettbewerbsnationalismus führt, wohin uns diese ruinöse Standortpolitik führt und wem sie nützt und wem sie schadet, institutionell, strukturell. Dann anschließend, ich finde es spannend, dass die Krise im Wahlkampf praktisch überhaupt kaum eine Rolle spielt. Oder Krisenbewältigung oder Krisenstrategie. Jetzt kann man sagen, der ganze Wahlkampf hat kein großes Thema. Und wie die ritualisierten Auseinandersetzungen angelegt sind, ist auch kein Platz. Aber ich finde es einigermaßen verwunderlich. Hätte man mich vor ein, zwei Jahren gefragt, hatte ich gesagt, die große Frage der Wahlauseinandersetzung wird sein, wer hat die Antworten auf die Krise und kann etwas anbieten. Also offensichtlich nicht der Fall. Ist schade. Zweitens schließe ich mich an, Bildung und Demokratie. Zwei Fragen will ein dritten Aspekt einbringen, der sozusagen jetzt an linke Politik plädiert oder linke Politiker plädiert. Keine falschen Kompromisse bei der Deutung der Krise. Unangenehme Wahrheiten, die Widerstand hervorrufen und nicht im Mainstream liegen müssen, ausgesprochen werden. Wenn man sich schon sehr früh selbst reguliert und das sagt, was sozusagen in einen Mainstream passt, dann darf man sich nicht wundern, wenn am Ende der Mainstream Oberhand behält. Und ich glaube, das ist das, gerade wenn man in einer parlamentarischen Partei tätig ist, was man sich auch immer vor Augen halten muss. In einer parlamentarischen Partei ist man halt in einer gewissen Sachzwanglogik drin, man setzt Maßnahmen etc. Und man will nicht immer überall anecken. Das ist leider immanent. Und ich finde, draußen muss man raussteigen, wenn wir das nicht überwinden und sozusagen eben nur im Mainstream argumentieren und diskutieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Mainstream die Deutung so weit hat. So, das wäre mein Vorhaben für die nächsten fünf Jahre. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen hoffentlich. Nicht dazu muntern Weg. Okay, ein grünes Abschlussstatement bei einer grünen Podiumsdiskussion. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch.